Hallo liebe Leute, euer Dr. Dexter hier mit dem saisonalen Talk, diesmal mit wunderbaren Gästen. Also ich hole mir ja immer Unterstützung für den Meta-Talk, weil ich SSF-Noob habe absolut gar keine Ahnung von Trade-Liga und heute habe ich wirklich ausgezeichnete Gäste da. Und zwar haben wir erstmal aus der Stammgruppe Toaster aus Hardcore Trade-Liga. Servus Toaster. Hallo Dexter, wie geht's euch? Servus. Und aus Softcore Trade-Liga habe ich mir als Unterstützungsweiter gesucht. Einmal den Lowe P. Ich hoffe, der Name war jetzt richtig. Perfekt. Hallo alle. Ja, du bist dafür bekannt, hauptsächlich du bist relativ neu, habe ich gerade erfahren. Ich dachte, du bist auch schon länger, aber du bist Trade-Liga Softcore und machst auch relativ viel YouTube-Content, nicht wahr? Also du bist daher bekannt hauptsächlich. Genau. Also ich bin auch relativ frisch, aber ich versuche zumindest im Rahmen meiner Möglichkeiten möglichst viel auch auf YouTube irgendwie zu transportieren. Ja, ich hoffe, es gelingt mir. Servus. Und dann haben wir Casey Pioe, den manche Leute vielleicht aus dem Delven kennen. Servus, Casey. Ja, hallo. Ich hoffe, das war richtig, Casey. Also Delven, ist das die Domäne, die die meisten Leute, die ich vorher, die ich kenne, oder? Ja, wahrscheinlich schon, ja, ja. Schon, okay, gut. Also ich muss zugeben, ich kenne Lobby und Casey nicht so sehr. Also ich bin immer in so einer Blase gefangen. Deswegen entschuldige ich mich für eure Stammzuschauer, die vielleicht zuschauen oder einschalten, weil ich da nicht komplett auf dem Laufenden bin. Aber das ist halt der Punkt. Deswegen hole ich ja immer solche Leute dazu, die dann so ein bisschen eine andere Perspektive zeigen. Und zwar, also um was geht es? So ganz kurz zur Anleitung. Bei dem Meta-Podcast geht es darum, dass wir meistens so in der zweiten, dritten Woche uns zusammentreffen und darüber natürlich auch über die Liga und über irgendwelche aktuellen Themen reden. Aber hauptsächlich soll es darum gehen, um die Thematik selbst. Wie ist die Meta? Also was heißt, welche Builds werden gespielt? Welche Builds sind wirklich objektiv betrachtet? Die besten Builds der Liga? Welche Farm-Taktiken sind sehr gut zu machen? Aber auch solche Thematiken, wie zum Beispiel auch wenn ihr, was sind so Meta-Bilds auch im Hinblick vielleicht für Anfänge? Also wenn man jemandem POE empfehlen würde, was ist denn im Moment so die Meta für ein Anfänger-Bild? Das muss ja nicht unbedingt immer bedeuten, dass man 10.000 Adelph erreicht, sondern vielleicht das erste Mal Schäper schaffen ist auch, naja, eine Aufgabe, die zu erfüllen ist. Genau. Und das, was ich auch noch kurz erwähnen würde, ist auch das Path of Exile. Das habe ich gerade schon ein bisschen mit den Leuten besprochen und die haben mir zugestimmt. Path of Exile ist halt wirklich ein interessantes Game, weil nicht jeder spielt von uns das gleiche Path of Exile. Ich bin jemand, der aus Soloself und Hardcore bekannt ist. Toaster ist, wie gesagt, Hardcore-Tradeliga. Casey und Lowe P sind beide Softcore-Tradeliga-Spieler. Und dann gibt es auch noch so Nischenpunkte, wie es gibt ja Delph nochmal, es gibt Racing und, und, und. Und jeder hat so seine eigenen Erfahrungen und für jeden ist es natürlich eine andere Priorität. Und trotzdem spielen wir halt das gleiche Game und das macht halt viel Spaß daraus, ne? Also das, es ist halt unterschiedlich. So, aber das war's zur Einleitung. Ähm, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem Leak-Start, weil der war diesmal, hm, etwas interessant. Ich gehe einfach mal alphabetisch, um niemanden zu benachteilen. Ähm, Lowe P, wie war dein Leak-Start? Hast du sofort am ersten Tag gespielt, den ersten Strich? Wenn man das Spielen nennen kann, habe ich, äh, auf jeden Fall versucht zu spielen, ja. Also, ich bin natürlich direkt am Start da gewesen, war auch in der Queue relativ früh dabei. Aber, wie wir ja alle wissen, äh, Spielen war nicht so wirklich. Und ich hab dann, glaube ich, ich bin, glaube ich, bis Akt 2 gekommen und hab dann um 1 Uhr gesagt, so, Leute, ich geh jetzt pennen, versuch's um 5, 6 nochmal. Ähm, das hab ich dann auch gemacht. Und wie wir ja alle wissen, naja, es ging dann auch um 12 Uhr, glaube ich, am Samstag, ne? Ab da ging's dann ja richtig stabil. Vorher wurden wir ja alle 5 Minuten rausgekickt. Ähm, ja. Hat, glaube ich, viel mit der gesamten Meta dieser Liga zu tun, dieser Start. Ähm, ich denke, dass ein Großteil, oder viele, viele Spieler sind davon abgeschreckt gewesen und sind auch nicht wiedergekommen. Ähm, ich hatte da letztens im Stream schon mal mit ein paar Leuten drüber geredet. Also, wenn man den Steam-Shards glauben will, dann, äh, spielen 30% weniger Leute diese Liga. Als letzte Liga. Als letzte Liga, oh, ein sehr deprimierender Anfang in den Talk. Aber so war das auch. Ich weiß gar nicht, wie ist das bei euch beiden gewesen? Casey, bei dir zuerst mal? Also, auf meinem Liga, also, ich weiß nicht, wie oft ich, wie oft ich, wie oft ich Akt, Akt 2, die Spinne töten musste. So. Aber es war sehr, also, ich hab mit ein paar Kumpels gestartet und es war sehr, sagen wir mal so, sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, ich... Es war sehr, es war sehr anstrengend, so, ne, hat's, also, es hat am Anfang wenig Spaß gemacht. Ich hab's dann irgendwie bis 5 Uhr morgens, hab ich's probiert, bin schlafen gegangen, bin irgendwie um 9 Uhr wieder aufgestanden, ne. Dachte mir so, dann konnte ich auf die 10 Minuten spielen wieder into Disconnect, natürlich wieder bei der Spinne, Akt 2. So, und dann, ja, da ging zwölf, hat's halt funktioniert, aber es hat, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass, äh, dass es halt schon Impact hatte. Also, vor allem in der Trade, von der, von der, von der Trade-Liga her an sich. Hat man's auf jeden Fall gemerkt. Zum Glück war das die Spinne. Ich weiß nicht, ob ihr den Clip von Race Cutie gesehen habt, dass er das Labyrinth, glaub ich, vier oder fünf Mal wiederholen musste. Das ist, glaub ich, oh, oh. Ging, 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 ich glaub, gegen 11 Uhr, da hatte ich halt ein einprägendes Erlebnis, und zwar, ich hab's dann nach einer, ich hab's dann geschafft, bis nach Guitawa, bin gedisconnectet, dann wurde mein gesamter Akt, Akt 5 Uhr komplett gerollbacked. Und, ja, das war schon sehr bitter. Ja. Und dann, glaub ich, dann, hab ich, bin ich ein paar Pellen gegangen. Also, ich hatte keine Lust mehr. Toaster, und bei dir? Sah sehr ähnlich aus. Ich war glücklicherweise auch recht früh in der Queue. Also, ich kenn Leute, die waren deutlich später, also, hinten in der Queue. Und dementsprechend war ich's recht früh im Spiel, konnte auch, ich glaub, bis Akt 2 irgendwo spielen, während meine Kollegen immer noch in der Queue waren, also, 45 Minuten später oder so. Und als sie dann die Queue gefixed haben, ging ja gar nix mehr, Disconnects sind gestartet, und, ähm, ja, dann hat man sich da irgendwie so durchgequält, bin dann auch irgendwann schlafen gegangen, sogar Wecker verschlafen, dachte mir, okay, jetzt muss auch funktionieren, funktionierte immer noch nicht, und, ja, war irgendwie ein bisschen deprimierend. Um 12 Uhr ging's dann, wie schon gesagt, ähm, aber man hat schon gemerkt, am Anfang waren recht viele Leute da, aber mir im Discord zum Beispiel viele aktiv, und umso mehr Stunden das anging, umso weniger Aktivität war da, und ich glaub auch, dass das schon eine ziemlich, ziemliche Reduktion der Spielerzahl verursacht hat, auch im weiteren Verlauf, leider. Ja, okay, ähm, was mich interessieren würde, war das für euch wirklich ein Erlebnis, dieser negative, also, vielleicht ganz kurz der Hintergrund, ich, äh, ich hab eigentlich gehofft, dass einer von euch, ich weiß nicht, ich will einer von euch das grad kurz erklären, was eigentlich passiert ist, weil wir haben jetzt sofort damit angefangen, ohne das, äh, so ein bisschen zu erklären, was, also, weil es gibt bestimmt Leute, die vielleicht nicht den Leakstart mitgemacht haben, also, ich sag's mal nur in ganz zwei kurzen Sätzen, ähm, beim Leakstart gab's das allererste Mal, also, es war wirklich der schlimmste Leakstart, den wir jemals im POE hatten, und jeder, der ihn miterlebt hat, und die anderen nicht, das ist wirklich eine Ausnahme gewesen, ähm, und zwar, wo sind zwei Probleme gewesen, dass einmal die Queue sehr lang gedauert hat, weil ein Convert nicht funktioniert hat, ähm, also in, in Standard, und, äh, zweitens, ähm, ähm, äh, gab's dann DC-Probleme, das heißt, diese Kombination natürlich, man spielt, man kommt rein, dauert erstmal vielleicht ein, zwei Stunden, und wenn man reingekommen ist, dann disconnectet man, und dann dauert's halt wieder sehr, sehr lange, und, äh, das hat dieser, dieser, ja, das hat im Endeffekt den ganzen Leakstart sehr, sehr, sehr stark versaut, und dann kamen noch ein paar andere Geschichten dazu, wie Streamer-Favorability und, äh, Favorisierung und so, die auch, naja, gut, aber das ist ein anderes Thema vielleicht, zu dem wir gleich noch kommen, ähm, genau, ähm, was ich erfragen wollte, wie, also, für mich war das vielleicht ein, zwei Sätze auch, wie's bei mir abgelaufen ist, also, ich bin, äh, Racer, bei mir war das noch ein bisschen extremer, weil da kommt der kompetitive Gedanke dazu, ich wollte nämlich einer der Ersten sein, also, ich bin reingekommen mit einem Makro, also, ich hatte ein Makro installiert, oder mir selbst erstellt, dass quasi die ganze Zeit, äh, äh, Enter-Taste geklickt hat, damit ich so schnell wie möglich in die Queue kam, ich hatte eine 100er Queue, also, ich hatte, ich glaub, 130 oder so Queue, also, extrem weit vorne, ähm, kam rein, und war dann bei Platz 3 disconnected worden und dann war's vorbei. Und das war halt bei anderen Racern, zum Beispiel bei, ähm, der Platz 1, äh, im Exile war's genauso, also, ich hab ihm die ganze Zeit bei ihm auch zugeschaut und er ist irgendwann auch geragequittet, weil die ganze Competitiveness ist dann flöten gegangen, natürlich, ne, und das war halt für uns das echt ein Riesenproblem, der ganze Leakstart war im Arsch. War das für euch auch irgendwie ein Thema, dass ihr so einen kompetitiven Gedanken hattet, weil es spielt ja auch eine Rolle, je früher man in den Maps ist, desto schneller kann man ja auch Sachen verkaufen, ähm, dass ihr euch, dass das auch irgendwie genervt hat, oder war das wirklich nur die Überlegung, okay, die Community ist gerade im Arsch, also, dieses Community-Denken, ja. Also, bei, bei, bei Softcore Trade, das ist halt, das ist ein bisschen, ist ein bisschen anders, sozusagen, ne, weil, also, 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 sehe ich komplett schnell alles so pushen, sozusagen, vor allem jetzt halt in die Maps zu kommen, so, wenn man den Gedanken hat, okay, man will ja jetzt so viele Yellow-Red-Tear-Maps verkaufen, das ist eh immer so eine Sache, weil, das Sache ist halt die, klar, du kannst die Maps verkaufen, aber du brauchst auch Leute, die sie kaufen wollen, ne, und die Leute, die jetzt, sagen wir mal, so in, in Red-Tear-Maps sind, nach fünf, sechs Stunden in der Liga, die brauchen halt meistens keine Maps zum Kaufen, ne, die wissen ja selber, wie das funktioniert, und, deswegen, das ist halt halb so schlimm, so, aber, an sich hat man ja Bock auf die Liga, so, weißt du, also, weil da richtig, weil es richtig heiß auf die Liga kommt, und es hat voll motiviert, und es hat bei mir sehr viel Motivation halt weggemacht, also, das, ja, es hat demotiviert einfach, sozusagen, das war halt, also, ich denke aber halt, also, ähm, wenn man dieses Thema, diesen Stream-Prior, oder halt, sagen wir mal so, ich meine, mich haben auch viele Leute von meiner Community angeschrieben, was ich jetzt überdenke, so, ob ich jetzt so wie Matt bin, oder was weiß ich, ehrlich gesagt, ich war nicht Matt. Kannst du das mal erklären, bevor du darauf eingehst, was passiert ist? Wie, also... Thremer-Priorität, oder was? Ach so, dass die, das, das, das hat, das hat, das, das hat, das hat, das hat, das hat die, das weiß auch jeder, dass da die Streamer, sozusagen, Prio hatten, also, gewisse Streamer hatten, dass sie halt keine Queue hatten, sozusagen. Das hat, das hat, das hat, also, ich hatte das halt nicht, ich hatte weniger, dann nur die größeren Streamer hatten, das hat diesen Vorteil, sozusagen. Ich meine, zum einen Punkt verstehe ich der JTT auch, aber ich glaube, das war einfach komplett unüberlegt von GGG aus her, ehrlich gesagt. Ich glaube, es war alles spontan entschieden, ehrlich gesagt, sowas. Die ganze Sache. Aber an sich, ja, ich meine, das war jetzt, also die ganze Disconnect-Sache, das hat, also der Fakt, dass man irgendwie langsam ist, wenn ein Competitive gegangen ist, hat mich wieder gestört. Ich habe es einfach nur genervt, dass ich halt wirklich so die ganzen Akte immer 20 Mal spielen musste. Ich meine, Wahlruins kann ich jetzt sehr gut. Hey, hast Racing geübt, immer positiv denken. Beim nächsten Turnier bist du dabei, ja? Das ist halt, nachdem ich die Spiele noch immer tot hatte, 6, 7 Trice gebraucht, bis ich dann die Wahlruins fertig hatte. Ich wollte halt fragen, Toaster, wie war es bei dir? Du meintest ja, bei Discord hast du es gemerkt, dass immer weniger Leute in Discord waren. War das die Punkte, die dich am meisten gestört haben? Neben dem ganzen natürlichen Disconnects, dass man nicht spielen konnte, weil Competitiv-Gedanken ist das nicht, oder? Ja, diesen Competitiv-Gedanken, oder wie man es dann immer nennen möchte, den habe ich schon so im begrenzten Maße, weil ich ja auch so ein bisschen in den Top 10 kommen möchte. Aber da ich ja eh im Early-Game nie so schnell bin, mir denke, ich hole das Spiel dann im Late-Game wieder aus und andere Spiele hatten die gleichen Nachteile, war es für mich gar nicht so schlimm. Also ich musste wirklich zustimmen, dass er dieser Motivationsgedanke war, so nach dem Motto, ich habe richtig Bock auf diese Liga, ich kann es aber nicht spielen. Und man kommt nicht voran. Man wird die ganze Zeit gerollbackt. Das ist halt so ein demotivierender Faktor. Und das hat man halt auch bei den Kollegen gemerkt, die ausspielen. Die hatten irgendwann keine Lust mehr und sind einfach schlafen gegangen. Und man eigentlich die Nacht durch gemacht hätte, zum Beispiel. Aber ist das ein Hardcore nicht generell? Noch mal eine komplett andere Sache, weil ich meine jetzt irgendwie, wenn man ein bisschen underlevelt ist, ich meine, manche Bosses sind schon gefährlich, dass man die immer und immer wieder machen muss. Du wirst ja durch ja overlevelt, weil du so oft zum Boss laufen musst. Du wirst ja mal gerollbackt, aber nicht diese ganze Instanz normalerweise. Und dadurch war man total overlevelt. Das war eher ein weniger Problem. Also ich war, glaube ich, Level 50 bei Act 8. Ich war eher so fünf Level höher als normal. Ich weiß nicht, ich fand es halt auch insbesondere so eher so vom Gefühl her jetzt für mich in Softcore nicht so cool. Also ich bin jetzt sowieso nicht so Wasting-mäßig unterwegs. Und ich meine, gerade hier Casey und Toaster und Dexter, ihr seid ja wirklich auch Leute, die schon Titel gewonnen haben und so. Sowas mache ich ja gar nicht so. Und ich hatte aber halt irgendwie so dieses Gefühl, ja, jetzt starten, richtig durchziehen. meine Community, mein Discord war voll mit Leveling-Gruppen, alle hatten Bock, alle waren gehypt. Und ja, das war halt das, was mich so ein bisschen gedämpft und gestört hat. Aber man muss halt auch meine, also finde ich zumindest, man muss halt auch mal so ein bisschen eine Lanze mit GDG brechen. Das war, oder für GDG brechen, das war erstmalig so schlimm wirklich. Also es ist ja wirklich nicht die Regel. und ich glaube, sie haben davon einen enorm großen Schaden davon getragen, von dieser ganzen Thematik. Und ja, im Prinzip ist es jetzt für uns halt einfach ein unglücklicher Leakstart gewesen, aber für GDG ist es natürlich finanziell auch ein Riesenproblem, was da passiert ist, denke ich. Das ist ein Image, ein Vertrauensschaden halt, ne? Ich meine. Ja, es gab echt viele, die sich aufgeregt haben wegen der ganzen Geschichte und meinten eben, ja, das ist vielleicht der, das Schlimme ist ja, dass es Leute gibt, die dann, wie soll man das beschreiben, so ein, so ein Schneeballsystem, also genau, so ein Schneeballsystem, dass das eine, da wird das eine Manko dann mit dem anderen verbunden und das andere Manko und dann fangen solche Gespräche an, ja, jetzt geht's bergab, also ab jetzt geht's nur noch bergab, jetzt hat GDG sein Geld verdient und jetzt gehen die weg und es gibt ja jetzt dieses Gerücht auch, dass es jetzt auf Konsolen irgendwie eher optimiert wird, dass wir haben ja jetzt Bugs mit unsichtbaren Sachen und dass das alles mit Konsolen, gibt's jetzt Verschwörungstheorien, und, 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 und das, ja, dieser Kullereffekt eben, dieses Schneeballsystem, das könnte halt gefährlich werden, immer für, äh, äh, ja, Companies, ähm, aber ich denke, so wie Lowe P das gesagt hat, also ganz ehrlich, äh, eigentlich können wir uns trotzdem glücklich schätzen, oder? Also, was ich, was ich mir, also was ich mir wirklich zu Herzen genommen habe, das habe ich auch jeden gesagt, so, der mich gefragt hat, ne, so, das bleibt echt, bleibt einfach weg, so von diesem POE Allgemeinforum und halt einfach Reddit, so, ich meine, das ist halt so viel Negativität, die dort ausgestrahlt wird, da wird, da wird ja teilweise so getan, als ob die das mit Absicht macht, ne? Ja, also wie gesagt, es gibt, denke ich, Verschwörungstheorien, aber im Endeffekt ist das immer dasselbe. Okay, also ich will, äh, das gar nicht auf dem, ich hab mir noch, mich noch ein paar Fragen, ähm, überlegt zu, äh, zu diesem kompetentiven Gedanken, ob für euch das allgemeine in der Trade League ein Bedeutungsspiel für uns, also, als Hintergrund, zum Beispiel so, Stichpunkte Alpha-Tester und so etwas. Ähm, für mich als Racer bei Turnieren, wo es um Geld geht, ähm, sind die ausgeschlossen. Das heißt, da spielt es keine Rolle. Ähm, zum Beispiel Alpha-Tester oder irgendwelche anderen Leute, die Vorteile im Stream oder Vorteile oder sonst was. Und diesmal hatten wir zum Glück, das war ja seit längerer Zeit wieder mal ein Leakstart, wo wir keine Turniere hatten, was für mich etwas schade war, war dann, im Endeffekt hatten wir nur das Level 100-Race, ähm, aber spielt das jemals irgendwie bei euch in der Community oder in, weiß ich nicht, in den Talks eine Bedeutung, dass ihr euch denkt, boah, die Leute haben schon beim Alpha-Test, die genau wissen, ganz genau, dass da irgendwelche Vorteile oder so zu erspielen sind oder so? Also, ich weiß, ich kenne viele, die Alpha-Tests haben, also, ich kenne zwei, drei Leute, die persönlich den Alpha-Zugang haben, also, ich meine, für SSF ist das nicht eine Ausgabe, das ist eine gute Sache, aber also, für Trade-Liga, das Problem ist halt, so, die Leute dürfen es zwar nicht sagen, sagt Gigi, aber man weiß halt selber, so unter den Teams, wenn es irgendwie um Currency geht oder so, dir wird alles geshared, wenn jemand Zugang hat, und das finde ich halt nicht gut. Teilweise wissen die Leute ja dort schon was halt genervt für den Patch-Totts und alles, ne? Also, worauf ich auch hinaus möchte, ist die ganze Diskussion, die auch noch, das ist jetzt wirklich das letzte Einleitungsthema, das ich noch anschneiden möchte, mit, es gab ja auch ein großes, also, große Diskussion bei Reddit und so weiter, mit der Trade-Liga-Gruppe von dem Streamer, wieso fällt mir der Name gerade nicht ein, helft mir mal, dem, der gebannt wurde. Pirian? Pirian, genau, und bei dem in der Gruppe sind ja angeblich, müsst ihr mir sagen, ob das wirklich so ist, also, die Soft-Core-Trade-Liga-Leute, oder, ich weiß gar nicht, ob Tossel auch Plan hat, die sind ja auch, die meisten von denen sind irgendwie Alpha-Tester oder so, ne? Und die machen immer sehr, sehr viel Currency und viele sagen, ja, das hat unter anderem auch Bedeutung und sind ja wie sauer auf diese Leute halt allgemein. Ich glaube, bei denen hat glaube ich, also soweit ich weiß, hat von denen hat legit einfach keiner Alpha-Zugang, aber die kennen halt Leute, die Alpha-Zugang haben zum Beispiel, ne? Ah, okay. Also meistens, es ist halt meistens so, sharen Leute sich untereinander sozusagen, ist zwar nicht erlaubt, aber wenn es halt private ist, das heißt, wer soll es halt rausfinden, weißt du? Und, ähm, ja, die ganze Sache mit dem Pirian, also ich, also meine persönliche Meinung ist, dass es halt teilweise ein bisschen überregiert ist von dem GEG, aber die muss, also ich glaube, das war mehr ein Statement so einem GEG ausgesehen, weißt du? Weil, bei E-Spiegel. Also die wurden für einen Bug-Abuse, also so war die offizielle Meinung, es gibt einen Streamer, Imperium, relativ groß, weiß ich nicht so, 1000 bis 2000 Zuschauer bei Twitch und, äh, der ist relativ bekannt dafür in Trade-Liga, sehr, sehr viel Currency zu gewinnen und die Mechaniken so hart auszureizen, bis die Server zum Teil abstürzen und das ist halt, diesmal wurde er gebannt für eine Sache, die, die sehr strittig ist, sag ich mal, ähm, wurde halt als Abuse beziffert und gebannt, deswegen, so, für die ganze Liga. Ja, wie gesagt, also ich denke, dass es halt, ich meine, verschiedene GEG halt auch so und ich glaube, ich glaube allgemein, dass das schon sehr viel, also die waren wahrscheinlich sehr unter Stress, ne? Ich meine, die Liga lief nicht gut, sozusagen, ich meine, die haben ja auch halt so was wie Tänzeln, also halt. Aber du siehst das chillig, also persönlich, so wie ich das raushöre. Also für dich ist das jetzt kein Aufregerpunkt, irgendwie, wie dass du da die Leute schon früher zum Beispiel auch gesehen hast und gesagt hast, gibt's da eine Konkurrenz? Ich weiß gar nicht, also ich versuch grad so ein bisschen reinzufühlen, diese... Also ich hab halt, also ich, also ich finde, also mir persönlich, also mir persönlich ist es halt, da ich halt meistens, also meistens die Ligen halt durchspiele, ist, also mir ist es persönlich, die ganze, ganze Currency-Geschichte ist mir im Prinzip ja nicht, ja, wie ist es nicht mein, mein Driving-Part in Softcore-Trade-Lig zu spielen, sozusagen, ne? Also ich persönlich finde das halt, ja, dass ich halt relativ viel spiele, ist es halt mir persönlich halt nicht so extrem wichtig, ob jetzt halt irgendeine Fünfer-Gruppe oder so halt irgendwie doppelt so viel Currency macht, wie ich, wenn ich mir im Endeffekt eh alles nachher kaufen kann, weißt du? Also mir persönlich, mich effektet das halt nicht wirklich, aber das Problem ist, also PoE ist ja an sich, vor allem was Softcore-Trade-League ist, ich glaub mal, ich denk also, ich mein, allein von dem ökonomischen Aspekt ist Softcore-Trade-League wahrscheinlich sehr, sehr schwer zu spielen, zu verstehen halt auch, weil sich der Markt halt sehr oft, sehr schnell entwickelt. Und der Bann auf Empyrean, also ich denke, dass es halt im Endeffekt negativ hiergegeben war, weil Empyrean hat halt hohen, sehr viele Viewer gehabt und hat auch zumindest in der Softcore-Trade-League die Meta ein bisschen vordefiniert. Was er gespielt hat, da haben alle sehr viele Leute nachgespielt, ne? Und das fällt halt jetzt komplett weg, zum Beispiel. Okay, also du glaubst schon, dass das einer der Ankerpunkte im Power of Effects halt der Empyrean war? Wirklich? Ist das so? In Softcore-Trade-League ja, sehr viele, so zum Beispiel Letztliga war halt in Stacking Wonder sehr beliebt, weil Empyrean das halt gespielt hat, ne? Und das haben wir jetzt also, wenn du auch etwas craften wolltest zum Beispiel, war das halt der Bild, wo du halt im Prinzip halt im Prinzip sehr viel Profit machen konntest mit sehr wenig Aufwand. Okay. Ich will mal, Lovip, auch mal dich fragen, wie ist eigentlich deine Wahrnehmung zu Softcore-Trade-Liga, sind viele Leute von denen, eher von diesem Currency-Aspekt, dass man sehr effizient spielt, dass man solche Leute wie Empyrean so Fünfer-Teams bildet und so weiter, ist das relevant oder würdest du eher sagen, die meisten spielen so wie Mephil oder ich weiß gar nicht, ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, Qtok ist auch eher so Headhunter, Super-Effizienz-Spieler, oder? Was gibt's denn sonst für große Namen? Ich weiß gar nicht. Also wie siehst du, oder sind das einfach verschiedene Communities? Ich glaube, das ist super unterschiedlich und super, super, hängt super davon ab, was man selber gerne macht. Also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht in dieser, in dieser Gruppenblase drin irgendwie. Ich hab ehrlich gesagt auch noch nie Empyrean geguckt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist überhaupt nicht meine Welt. PoE ist für mich eher so ein Singleplayer-Farming-Game mit der Möglichkeit, ab und zu mal, ja, in Gruppen zu spielen. Aber Gruppenplay in PoE ist für mich persönlich überhaupt gar kein Punkt bisher gewesen, zumindest. Und, ähm, Woher kommt das? Weil eigentlich, also für mich, ich sag's ganz offen, ich sag das häufig im Chat, ähm, wenn man Trade-Liga spielt und nicht in der Gruppe spielt, dann muss das schon einen Grund haben, weil eigentlich ist das Spiel von der Effizienz und so weiter gebalanced um Trade-Liga, Quatsch, um Gruppenspiel, weil du hast einfach so krasse Vorteile in der Gruppe, nach meinem Gefühl. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie, das müsst ihr jetzt sagen, nee, stimmt überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, dass die Leute, die in der Gruppe spielen, deutlich schneller oder besser an ihre Sachen rankommen. Klar. Wenn du eine abgestimmte Gruppe hast, dann funktioniert das natürlich fantastisch einfach. Aber was streckt dich da ab? Also warum machst du das nicht? Ähm, ich glaube, hauptsächlich ist das einfach das Thema, dass ich, ähm, es glaube ich schwierig finden würde, immer die gleichen Leute zu finden, mit denen ich so fest spielen wollen würde und mich so voll danach richten müsste. Also das wäre jetzt, also jetzt ohne das Streaming, wäre das glaube ich so schon grundlegend für mich ein Problem, weil ich eher so ein, zumindest bevor ich gestreamt habe, so ein, ja, wenn ich Lust habe zu zocken, dann zocke ich und wenn ich keine Lust habe, dann habe ich keine Lust. Aber sobald man dann so eine Gruppe ist, dann hat man ja auch irgendwie so eine, naja, Verpflichtung, nenne ich es mal, ähm, dann zusammen irgendwie zu bestimmten Zeiten zu spielen und, das ist für mich zumindest irgendwie so ein, so ein Abturner. Und jetzt beim Stream kommt das für mich halt, ehrlich gesagt, noch viel weniger in Frage, weil, ähm, ich halt viel zu viel Fragen beantworte, helfe, Leute einlade, denen irgendwelche Crafts mache oder irgendwas an der Crafting Bench mache oder so. Also viel zu viel mit den Zuschauern agiere, dass ich das wirklich, also dass das funktionieren würde. Das ist so im Moment der Stand zumindest bei mir. Okay, gut. Also sorry, dass ich gerade so ein bisschen auch Fragen gestellt habe, so ein bisschen in eure Richtung, weil ich will erst mal reinfühlen, was, für euch relevant ist. Also jetzt habe ich auch mitbekommen, Casey, du bist auch solo-cell phone, äh, sehr viel aktiv quasi, ne? Nee, nicht viel aktiv, also bloß nicht. Also ich bin, ich meine, ich bin mehr so ein, so ein, ich würde mal sagen, Tourist. Ah, okay, gut. Nee, weil ich dachte eigentlich, dass, wenn du delftst, so letzte Liga und so, da muss man, dachte ich, in ein Team spielen, damit quasi die Notes dir weitergegeben werden und was weiß ich, was alles für Geschichten. Ich dachte, das muss quasi gemacht werden, sonst kommt man gar nicht so tief. Das, also die, das, die Team-Konstellation, wie ich das halt immer gemacht habe, also ich habe halt einen Kumpel, mit dem ich jetzt schon, in der Zeit Legacy League kenne und der tradet jetzt fast die Liga für mich. Diese Liga hat er, glaube ich, gespielt. Und, also ich spiele generell halt meistens mit den gleichen Leuten, das sind auch andere Spiele immer zusammen. Also man sieht, das ist halt schon sehr gechillt bei uns sozusagen. Bei uns geht es halt meistens darum, also geht es halt nicht primär darum, sozusagen, ein abschreckter Part bei vielen Leuten, wenn die halt in der Gruppe spielen, ist halt meistens so, dass man halt oftmals Leute hat, die halt nicht gewohnt sind, Currency zu besitzen und halt meistens dann eine ziemliche Missgunste entsteht, wenn halt irgendjemand eine Wisdom Scroll zu wenig im Split bekommen hat, zum Beispiel, ne? Also jetzt übertrieben gesagt halt. Aber das ist halt bei uns zum Beispiel halt generell weniger der Punkt, so, ne? Also das, wie gesagt, ich spiele halt meistens mit den gleichen Leuten halt zusammen. Also das ist halt relativ entspannt. Aber vor allem jetzt die letzten Ligen, der Delft-Push, das war sehr anstrengend. Ich habe halt meistens Duo gedelft, also halt mit dem Support zusammen. Und man muss da schon, vor allem, wenn man halt in den höheren Ranking sozusagen sein will, das ist halt sehr anstrengend, weil du da teilweise 18 Stunden spielen musst. Okay. Also ich würde, wenn zumindest du Zeit oder Lust hast, darauf noch ein bisschen genauer eingehen, in einem späteren Abteil. habt ihr noch allgemein jetzt zuletzt noch zum ersten Abschnitt, zum Leakstart noch ein paar Punkte, die ihr erwähnen möchtet? Irgendwas, was euch auf der Seite... Ich weiß nicht, vielleicht habe ich Rehmann reingeredet. Irgendwas zum Leakstart oder allgemein zu diesen Thematiken, die am ersten Tag eben passiert sind, mit Abuses oder sonst irgendwelche Geschichten? Okay. Sorry? Ja? Nö, alles gut, alles gut. Oder? Achso, okay. Weil sonst würde ich einfach jetzt zum nächsten Thema so ein bisschen kommen und Ultimatum. Also zu der Liga erstmal selbst, ne? Ja, was sagt ihr zu Ultimatum? Also wirklich zu der League-Mechanik. Andersrum. Nicht zur Liga, ne? Weil es gibt ja immer ein paar Facts. Ich finde, das muss man schon bei der Betrachtung der Liga unterscheiden. Manchmal redet man zum Beispiel über, weiß ich nicht, letzte Liga war das ganz extrem, da hatte man ja Ritual, aber eigentlich hatten sich die meisten Leute eher über Maven und so weiter gefreut. Und diese Liga, ich würde jetzt auch wirklich das Ultimatum. Also wir haben ja, viele nennen das ja Ritual 2.0. Wie steht ihr zu Ultimatum? Ich weiß nicht, für mich das anfangen oder gehen wir alphabetisch vor? Ich finde, ich finde, also ich finde Ultimatum an sich ist eine nice Mechanik. Also es ist halt, also dieser Aspekt von, dass du etwas riskierst und halt rewarding, also ich meine, also ich weiß nicht, wie bei dem jetzt ein bisschen Hardcore gemacht wird, aber in Softcore wird man da schon öfters gewonshotted. Sehr oft, sozusagen. Aber an sich ist ja, ich finde halt, also an sich die Mechanik von der Liga finde ich sehr, sehr gut. Es ist halt im Prinzip das, was halt Ritual eigentlich sein hätte müssen, weißt du? Finde ich persönlich. Das ist aber, Ritual finde ich an sich eine super Mechanik. Es ist halt auch nicht so kompliziert, weil ich habe halt oft Probleme, immer so, zum Beispiel so wie Mechaniken, wie Mechanik, so wie bei Heist zum Beispiel, dass du da sehr viel Effort erst mal betreiben musst, um diese Mechanik an sich zu verstehen, um reinzukommen, was du bei Ultimatum halt gar nicht machen musst. Und da ich, also vor allem, also durch das SF-Aspekt, was ich ein bisschen gespielt habe, fand ich es halt wirklich nice, dass du halt nicht die Probleme hast mit Chaos Orbs. Und du hast halt auch beim Leveln teilweise wirklich gut gerollte Rares gefunden. Halt irgendwelche Movement Speed Boots mit 20 Movement Speed, Doppel Resistance, ganz live auf Grave, ultra nice am Anfang. Und das, also allgemein bin ich sehr positiv, also ich finde die Liga nice, also an sich so, aber was ich nicht so nice finde, ist halt momentan, das ist momentan ein Meter der Builds an sich, so auf einmal in der Töne. Also bevor ich, sorry, dass ich da reinschneide, also ich, jetzt gerade mal so einen groben Überschnitt, Überschnitt über alle Leute, wie findet ihr die Liga und spielt, also macht ihr sie immer noch? Also auch auf Tier 16 der Maps, macht ihr immer noch auf jeder Map Ultimatum? Weil das wird mich interessieren. Casey, machst du? Also du findest es gut, hast du es schon erwähnt, machst du die immer noch? Also spielst du immer noch Ultimatum oder hast du sie mittlerweile geskippt immer? Nö, 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 nö. Ich meine, du kriegst pro Ultimatum kriegt man sowas von der Trade Liga, kriegst halt meistens so zwischen 5 und 10 Chaos an sich. Okay. Wenn man halt am Ende kommt auf Tier 16. An sich ist sie sehr rewarding. Also im Endeffekt musst du die momentan halt mitmachen in der Trade Liga. Dein Return sozusagen. Low Wippel? Ja, also ich finde die Mechanik an sich eigentlich ziemlich cool. Es ist ein besseres Ritual, finde ich. Es ist weniger auffällig, weniger störend, finde ich. Aber gleichzeitig auch riskanter. Und naja, man verliert halt wirklich was, wenn man es nicht schafft. Das finde ich halt cool. Ich finde den Loot Table cool. Also die Diversität finde ich super. Also da kann halt wirklich alles mögliche hier drin sein. Und ich hatte da auch wirklich schon unheimlich viele skurrile Sachen. Also nicht skurrile Sachen, aber zumindest ist es nicht nur Chaos, aber es ist eigentlich in jedem Ultimatum ist zumindest fast immer irgendwie Chaos oder Valorb drin, aber halt auch Rares, aber auch Uniques und so weiter. Also wirklich ein cooler Loot Table. Und mir macht super Spaß, insbesondere wenn man dann wirklich die letzte Stufe schafft. Und dann kommt da auch gerade am Ende oft sehr, sehr gute Rewards raus. Also ich hatte jetzt glaube ich schon dreimal ein X am Ende als letzten Reward. Hab halt aber auch dafür relativ früh darauf geachtet, dass ich ein Bild halt habe, mit dem ich das alles machen kann halt immer bis zum Ende. Ist mir nicht immer gelungen, aber inzwischen klappt es eigentlich ganz gut. Genau. Und ich mag halt diesen Gamble-Faktor, ne? Alles oder nichts. Ich mach's immer noch, ja. Also ich mach's immer noch, Ultimatum. Ja. Okay. Ja, Toaster, Hardcore. Wie sieht's bei dir aus? Ich muss sagen, ich find Ultimatum eigentlich ganz cool, selbst in Hardcore, weil's eigentlich recht berechenbar ist. Du hast ja die Mods, aus denen du auswählen kannst. Die Gegner sind im Endeffekt auch immer die gleichen mit einer kleinen Variation und von daher kannst du eigentlich schon ganz gut vorhersehen, okay, mit den Mods und den Map-Mods schaff ich den Encounter jetzt oder schaff ich den nicht? Riskiere ich es oder nicht? Und ich glaube, das ist im Prinzip schon fast einfacher als Ritual, einfach weil man's so gut vorhersehen kann. Ich kenn jetzt persönlich auch keinen, der jetzt mal während eines Ultimatums gestorben ist in Hardcore und ich denke, dass das schon vom Balancing extrem gut ist, weil man kennt natürlich so League-Mechaniken, wo man direkt gewonshottet wird, wie so auch immer, zum Beispiel Legion oder sonst was, eigentlich jede Mechanik, die neu rauskommt und da ist Ultimatum eigentlich schon recht fair gemacht und die Rewards finde ich eigentlich auch schon fast zu gut, weil man so viele Chaos-Orbs bekommt, dass die kaum noch was wert sind. Also diese Inflation von Chaos-Orbs, ich habe noch nie so teure Exalted-Orbs in Hardcore gesehen, vor allem nicht so früh, was natürlich allerdings auch, wie bitte? Wie teuer sind die momentan in Hardcore? Äh, 120, 125. Also normalerweise ist es, normalerweise ist es zu dem Zeitpunkt Hardcore vielleicht so 60 bis 80, 80 maximal. Das ist halt ein starker Unterschied zu Softcore und, ähm, aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass sie rewarding sind, das verleiht halt auch dazu, die Ultimatums zu machen, die natürlich auch ein bisschen Zeit kosten und ich muss fairerweise sagen, dass ich auf meinem ersten Charakter, den Nekro, den ich bis auf 100 gespielt habe, am letzten Tag keine Ultimatums mehr gemacht habe, einfach aus Zeitgründen und, weil man versucht, irgendwie diese Risiken zu minimieren, wenn man eh schon Level 99 in Hardcore ist, aber mittlerweile mache ich es eigentlich wieder in jeder Map und bin da ganz happy mit. Mit einer Ausnahme, diese, diese letzten Waves, ne, diese Wave 8, 9, 10, wo es dann wirklich um, 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 ums, ums richtige Geld geht, die sind sehr selten, also der Trial Master, also dieser Endboss und Ultimatum ist auch so selten, und das ist eigentlich ein bisschen schade. Aber ansonsten finde ich es gut. Ähm, grad, weil es mich grad anspricht, XP, warum weggelassen? Ist XP nicht richtig gut im Ultimatum? Hm, wenn du es wirklich anlegst, viel XP zu farmen, dann ist Ultimatum gar nicht so gut. Also es ist vergleichsweise zu anderen League-Mechaniken ziemlich gut, aber wenn du jetzt zum Beispiel Jun farms, die Safe Houses, die du im Prinzip fast durchgehend jede Map mit Jun farmen kannst, wenn du das richtige Setup hast, kriegst du einfach bestimmt das doppelte XP oder genauso im Waldo diese Harbinger mit dem richtigen Bild. Und ob du jetzt halt für das letzte Level 20 oder 30 Stunden brauchst, macht halt dann auch diesen Unterschied, ob du dann Rank 2 oder Rank 5 wirst oder so, ne, deswegen, ähm, dann weggelassen. Ja, äh, also ich bin erst mal überrascht. Ähm, ich sehe das etwas anders irgendwie. Also erst mal, ähm, ich finde Ritual, äh, Quatsch, Ritual sag ich schon. Ähm, Ultimatum. Äh, Ultimatum finde ich erstens als Solo Cell von Hardcore-Spiele, sag ich jetzt mal, ne? Ähm, und als Racer. Finde ich, äh, schon ziemlich cool. Also ich finde die Mechanik, ich finde, wenn das ganze Spiel so wäre wie das Ultimatum, dann würde ich sogar Softcore spielen vielleicht irgendwann. Ich bin sowieso ja ein großer Verfechter von, äh, Softcore-Plus. Also ich würde mir am liebsten wünschen, dass es einen Modus geben würde, der Softcore ist, aber bei dem du bei einem Tod, sagen wir mal, etwas mehr verlierst als nur 10% AP, äh, Prozent XP, sagen wir mal, vielleicht zwei Level verlierst oder ein Item wird zerstört bei einem Rip oder so. Also so ein Softcore-Plus-Plus-Modus oder so, ne? Ähm, ja, ähm, deswegen, ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich glaube viel, es gibt diese Liga viel in Softcore-Builds, zumindest nach meinem Gefühl, die auch, äh, auf Tankiness jetzt auf einmal aufpassen und das finde ich immer gut, weil dieses Balancing finde ich immer, ja, sehr interessant. Naja, und, ähm, also Ultimatum ist halt der krasseste XP schlechthin, also ich glaube, bei dem Level-100-Trace haben die Leute, äh, ich weiß noch gesagt, äh, dass du ein Bild haben musst, dass Ultimatum gut läuft, damit du eben die, mit den Erfahrungspunkten klarkommst. Ähm, ich denke, dass du dieses Tune-Setup halt nicht hinbekommst bei einem Level-100-Push. Du würdest halt schon fertig sein, bevor du das aufbaust, weil du machst ja keine Bosse, das heißt, du kannst keine, ähm, nicht schon, also diese Watchstones, ich weiß gar nicht, ob du die noch bekommst. Ja, doch, also ich weiß auf jeden Fall, dass Tower Brau ja auch Jun gefarmt hat, der Rank 1, ja, also vielleicht nicht so exzessiv wie ich, der hat auf jeden Fall auch Jun gefarmt, macht natürlich auch so ein Wunder-100-Push. also ich würde schon in dem Gebiet da unten bleiben, ich denke auch, dass Jun auf jeden Fall das Momenteur trägt, aber ich glaube, der hat auch Rituale durchgemacht die ganze Zeit. Ja, Ultimatum kommt natürlich auf dem Bild an, ne, wenn du jetzt ein Explodee-Bild spielst, der alle Mobs direkt One-Shot ist und du im Prinzip mit dem Ultimatum fünf Sekunden fertig bist, dann ist das schon sehr krass. Aber wenn du jetzt da ein Minion-Bild spielst und da ein Proximity-Shield hast und eine Minute im Kreis läufst, dann ist es zum Beispiel wieder super optimal. Ja, also Potenzial ist auf jeden Fall da, ja. Ja, also auf jeden Fall. Also die Leute haben ja fast immer nur Assassin's Drain, also Assassin's Drain ist richtig overpowered im Ultimatum und die neue Gladiator-Meter-Bild mit dem Explosion ist auch richtig nice für das Ultimatum. Okay, und ja, genau, und die zweite Sache mit dem gefährlich sein vom Ultimatum, du hast ja erwähnt, du findest das relativ überschaubar, würde ich erstmal auch zustimmen. Die haben diesmal es echt hinbekommen, dass die Monster nicht overpowered irgendwie, also die, man hat nicht so, man erkennt, was auf einen zukommt und wenn man, aber im gleichen hinaus ist das immer dieses, man läuft quasi im Kreis, ne, also das ist halt so dieses Gameplay, man läuft die ganze Zeit im Kreis und versucht einfach nicht gehittet zu werden. Äh, das ist irgendwie seltsam und schade persönlich. Ähm, aber wenn man getroffen wird, da würde ich dir halt zum Beispiel nicht zustimmen. Ich glaube, also die hauen rein. Die sind halt fast alles gefühlt Nahkämpfer-Monster und die schießen immer Projektile in eine Stelle, wo du gestanden bist. Aber wenn, versuch mal im Ultimatum für eine Sekunde stehen zu bleiben, du kippst sofort um. Und das erkennt man auch bei einigen Rips in Hardcore. Also es gibt ja schon einige, die, ich weiß gar nicht, weiß nicht, von den Streamern ein paar, die in Ultimatum gestorben sind, weil sie, ähm, gesloat wurden oder betäubt wurden und dann bist du zack, bist du sofort weg. Weil das Problem in Power of Excel sind ja immer Aura-Stacking. Also du stirbst ja immer an Legion, an Heist, an, und im Ultimatum auch, wenn du eine Fiss-Aura neben der anderen, eine Heist-Aura und neben der anderen Aura hast und dann sammelt sich das. Und das ist im Ultimatum, glaube ich, wieder der Fall. Ich finde das schade, dass GGG das nicht hinbekommt. Ja, das ist, das halt die gefährliche Kombination und Ultimatum. Man kann es, denke ich, auch ganz gut sehen. Wenn da so drei gefährliche Remus auf dich zukommen, dann weißt du, okay, du bleibst jetzt nicht stehen. Wenn du halt da jetzt leckst oder gesloatst wirst, okay, ist blöd gelaufen. Aber, ähm, ich spiele zum Beispiel in der Regel Blockbills und da kann ich auch ein paar Mal gehittet werden und sterbe nicht, ne? Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Inquisitor spielst, wenn du auf Reaching gehst, dann ist es vielleicht wieder eine andere Geschichte. Ja gut, du abust halt natürlich die stärkste Mechanik, Defensive Mechanik im Spiel. Block mit, äh, live on, on, live on ES und Block ist halt richtig krank. Also ich habe zum Beispiel diese Liga immer noch keins bekommen und, na, das merkt man so extrem. Gut, ähm, ja, ähm, aber vielleicht an euch beide, Gaze und Lope, ähm, also würdet ihr dazu stimmen? Also findet ihr dieses, ähm, dass man jetzt in Defense investieren muss? Ja. Seht ihr das auch so? Oder stehe ich mich da? Ja, 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 ja. Und findet ihr das gut? Weil eigentlich ist Softcore für mich, also das ist einer der Hauptnegativpunkte bei mir in Softcore. Ich mag Balanced Bills, ich finde das komisch, ne, nichts gegen dich, Casey, aber Delph ist für mich halt der größte, interessanteste, sag mal nicht, äh, ich drücke das halt so, ne, sag mal, es ist anders, ich drücke es mal positiv aus, ähm, du machst halt quasi alles in Offensive und Dodge und versuchst halt nicht gehittet zu werden, ne, und so hatte, das ganze Softcore fühlt sich für mich so an. Ich, 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 ich glaube, Deep Delfen ist komplett das Gegenteil, ich glaube, in der letzten Liga hatte ich 20.000 Tore. Ja. Überdies läppert sich schon. Naja, ich meine, das ist halt, also, wie du halt gemeint hast am Anfang, also, ich glaube, so Deep, so, vor allem das Deep Delfen hat nichts zu tun mit normalem PoE, überhaupt gar nichts. Ja, aber trotzdem ist ja, also, das, denke ich schon, oder? Softcore, fokussierst du dich hauptsächlich auf Schaden. Wenn der Gegner tot ist, kann er dich nicht töten und wenn du dann ab und zu stirbst, gut, das ist ja nicht so schlimm. Ja, so spiele ich halt die Rituals, ehrlich gesagt. Ja, genau. Nein, ich meine, das ist mein, oder? Oder doch? Hm, jein, also, ich, also, ich habe halt Burning Arrow viel gespielt und da hast du, also, fürs normale Gameplay, alles außerhalb von Ritual, äh, von Ultimatum, ne, aber das Einzige, wo du halt stirbst, und halt einfach, wenn du halt irgendwie jetzt halt komplett weggeburstet wirst, halt im Ultimatum, wenn du halt irgendwie mal einmal Sekunden nicht aufpasst, und wie so, so, ich meine, wenn du so 5000 Live hast, und du siehst so nur 40% Physical Mitigation, nicht mehr Max Stress und so, nicht keinen Block hast, dann bist du halt tot, wenn halt ein Rare Mob man so nicht halt hittet, so auf Brave 19, ne, aber auf Softcore, auf Softcore akzeptiert man das halt einfach so, aber. hast du dein Gameplay nicht geändert, wirklich, nicht, also, du hast jetzt nicht gesagt, okay, Ultimatum-Liga, aha, das ist so und so, jetzt baue ich ein anderes Bild, also sowas ist nicht passiert bei dir, oder? Na, die Downside ist ja, wenn man halt sehr viel in Defensive investiert, dass man halt, sagen wir mal so, den Clearspeed halt dafür sozusagen aufgibt, ne, das ist ja meistens der Punkt, so, und das ist halt der, das ist halt das, was man halt im Hardcore nicht machen kann, sozusagen, weil in Softcore ist halt prinzipiell alles Clearspeed, einfach alles, also wie schnell bist du, wie schnell clearst du, und wenn nur einmal, irgendwie, wenn nur einmal alle 20 Rituals, ähm, Ultimatum stirbst, dann ist das halt so, wie du gemeint hast, ne, aber an sich, also, ja, nein, also ich meine, du musst jetzt schon aufpassen, aber, das klingt zwar krass, aber was er da am meisten carried, einfach beim Rituals, ist er aber ein Headhunter, ehrlich gesagt, weil du, du hast so viele Buffs dort, dass du halt einfach nicht mehr stürmst. Stimmt, das gab's ja auch, ne, ich hab gehört, das ist wieder so eine Headhunter-Liga, ne, so ein bisschen. Du hast halt, du hast halt 50 Buffs, so, du hast dann irgendwie so, so 20.000 AP und alles, und tut es einfach alles, das One-Shot. So, der Trailmaster ist da ein Hit tot. Okay. Das ist halt, also das carried halt wirklich, aber davor war das halt schon sehr spicy, sozusagen, also, aber ich meine, es geht, es ist halt nicht das Schlimmste. Ja, Lowe, wie ist das bei dir, wenn du, also du hast ja schon erwähnt, dass das für dich Min-Maxing nicht der allerwichtigste Punkt ist, hattest du die Überlegung jetzt irgendwie angestellt, wegen der Ultimatum-League-Mechanik, dein Build jetzt tankiger zu bauen, oder irgendwie tankiger auszuwählen? Ja, also ich hab, ich hab mit dem Kult-Slinger, gestartet, ähm, und habe dann am Montag, nee, am Dienstag, glaub ich mich, äh, aufgrund von ein paar Lucky Drops und relativ viel Currency, also für meine Verhältnisse, so früher in der Liga, dazu entschlossen, ähm, direkt, ähm, auf Winterow abzugehen. Also, das war eigentlich eine ziemlich bescheuerte Idee, ähm, weil ich bin im Atlas überhaupt nicht vorangekommen, ich hab kein Ultimatum mehr geschafft, und hab dann zwei Tage später, ähm, wieder umgespackt, in wieder was anderes, ähm, ja, und, also grundlegend bin ich eh sowieso immer so ein bisschen mehr auf dem Trichter, ähm, ein bisschen Clearspeed lieber wegnehmen, und dafür ein bisschen mehr in diese Boss-Region reingehen, also, keine Ahnung, ähm, überall da meinetwegen, ähm, die Guardians und sowas immer in Rotation machen und solche Sachen, ähm, und dafür halt ein bisschen Clearspeed, ähm, ja, hinten ranzustellen, deswegen, ähm, also ich mach das sowieso eigentlich schon immer, ich brauch nicht den super Bosser, ich brauch nicht den super Clearspeed-Bild, ich will eher so ne, ja, so ne, ne Softcore-gute Mischung aus beiden, aber für Hardcore wären die Builds, die Spiele trotzdem nicht geeignet, so nebenbei. Ja. Okay, ja gut, ich mein, Softcore bleibt Softcore, ne? Ja, genau. Also, ich hab gehofft, dass ihr jetzt sagt, ja, ich hab jetzt mein Leben geändert, und vielleicht werde ich jetzt Hardcore spielen, weil ich Blut geleckt hab, weil Hardcore, äh, Ultimata mir quasi, ne, äh, diesen Anreiz gegeben hat, äh, Gefahr zu, also dieses, ne, dass man quasi riskiert oder nicht riskiert, weil darum geht's ja in Hardcore. Also du musst immer, die Leute sagen, in Hardcore spielst du wie ne Pussy, ähm, ja, vielleicht, äh, ich sag immer, na gut, ich bin ne Katze, was soll's, ähm, aber, äh, es stimmt nicht so ganz, du musst halt einfach die Gefahr einschätzen, also du läufst ja auch nicht über die Straße oder über ne Autobahn und sagst, ja gut, natürlich kann das gut gehen oder nicht, du wägst halt dein Leben ab. Und, äh, in Hardcore machst du auch jeglichen Content, also wir schaffen selbst in Gauntlet alles, auch in Solo-Selford-Gear. Und, äh, wenn du Trade-Liga dabei hast, schaffst du sowieso alles, kannst du alles schaffen. Äh, bloß du musst halt manchmal überlegen, wie schnell komm ich da hin. Also es dauert einfach länger. Du musst, äh, die Gefahr einschätzen können und sagen, okay, der Charakter kann's noch nicht packen, also werd ich noch ein bisschen overleveln oder, ähm, overgearend, bis ich dann ein bisschen stärker vielleicht ein Slam tanken kann. Ähm, bei einem Race zum Beispiel kannst du das, selbst das nicht machen, aber, ja, äh, ne, aber nur so als Nebenpunkt, weil das immer dieses Streitthema ist, äh, Hardcore ist komisch und irgendwo kann ich's nachvollziehen, aber, naja, gibt halt verschiedene Argumente. Das ist ja das Schöne an POE, ähm, man kann's auf unterschiedliche Weisen spielen, also nicht nur die grundunterschiedlichen Weisen mit Hardcore und Trade-League, nicht Trade, oder Solo-Self-Wahr und Trade-League, ähm, in den jeweiligen Ligen sind ja auch nochmal unterschiedliche Spielstile und ich glaube, jeder kann POE zu seinem Spiel so machen oder viele Leute können POE zu seinem Spiel machen halt. Genau. Ja. So, ähm, ja, das ist doch ein schöner Schlusssatz zu dem Thema. Äh, also, ich hab mir jetzt überlegt zu, ähm, vielleicht, dass wir zu den anderen Änderungen, also wir haben ja jetzt über die, äh, Ritual, äh, Quatsch, Ritual, eh, schon wieder, äh, Ultimatum, League-Mechani gesprochen, wie sieht's denn mit dem Rest der League aus? Und zwar, eigentlich ist das ja das, ich weiß gar nicht, eigentlich würde ich schon sagen, das erste Mal in der Liga, wo GGG sich konzentriert hat auf alte League-Mechaniken und sie nochmal aufgepimpt hat, ähm, quasi verbessert hat und das war ja eigentlich der Fokus. Und dazu zitiere ich mal kurz Nugi, was er ja beim B-Class zum Beispiel gesagt hat, was ich auch ganz interessant fand, was viele Leute auch, ähm, an der Liga stört hat, oder warum viele schon weg sind in der Liga, die Zahlen weg sind. Wir haben schon die Punkte erwähnt, vielleicht mit dem League-Start hat vieles zu tun, dass sie nicht reingekommen sind in die Liga und, und, und. Aber Nugi hat gemeint, ähm, er ist der Meinung, dass die Liga hat einen starken Fokus an den alten League-Mechaniken und viele Punkte, die neu dazugekommen sind, sind Late-Game-Sachen. Also sprich, äh, passieren erst, wenn du deine Tier 16er-Maps freigeschaltet hast, wenn du deine Bosse gemacht hast, wenn du deine Sana-Atlas da, diese, ähm, Sana-Maven-Dinger da freigeschaltet hast, wenn du quasi schon so weit im Game bist, dass du auch diese neuen Sachen austesten kannst, also auch, dass man wählt Mods und, und, und. Und die meisten Spieler kommen ja gar nicht daran. Also beim Leveln oder so hat man zwar Ultimatum gehabt, aber sonst hat sich das Spiel oder fühlt sich das Spiel wie die letzte Liga zum Teil an oder wie das POE, das man schon vorher kannte. Und, ähm, ja, ich fand das eigentlich, äh, relativ passend. Ähm, wie seht ihr das? Oder allgemein auch, ähm, ja, vielleicht erst mal dazu und dann kommen wir vielleicht zu den einzelnen Punkten, wie ihr das findet, die neuen Sachen. Aber würdet ihr das unterschreiben? Dass die League-Mechanik vielleicht daran äh, ein bisschen zu knabbern hat? Ich weiß nicht. Wie ihr das bei Begras vielleicht gehört, oder? Also ich finde, also ich denke, dass der Nürgian halt schon recht hat, ne? Ich meine, es dauert halt schon, bis halt, ich meine, zum Beispiel die Änderung jetzt, zum Beispiel, die es jetzt bei, ähm, bei June gab, ne? Zum Beispiel. Weil, also in der Software-Trade-League war das eigentlich ein Meta, dass man zum Beispiel sich die Breachstones gefarmt hat, ne? Dass du halt dann, in den Fett halt reingepackt hast, Invitation, hast du immer dann jetzt zwei Breachstones geupgradet, ne? Das war halt so die Meta dort. Und das gibt's jetzt halt auch nicht mehr so richtig, sozusagen. Und Early-Game-mäßig hast du halt eigentlich gar keinen Impact, weil du viele League-Mechanics, die siehst du ja jetzt später, ne? Also, ich hätte mich gefreut, wenn sie im Prinzip ja die ganzen League-Mechanics halt einfach early in einfacher Accessible und Verständlicher gemacht hätten, weil ich glaub, sehr viele Mechanics in den alten Ligen sind sehr kompliziert für neue Spieler. Ja, okay. Also, sorry, die Frage war wahrscheinlich einfach zu grob zu weit gefasst, also vielleicht spezifischer gefragt, Lope, wie findest du die Änderung der neuen League-Mechanik, sagen wir zum Beispiel Abyss, hast du das wirklich gemerkt, dass es jetzt wirklich, ja, eine große Bereicherung jetzt für Pioe geworden ist? Also, bei manchen würde ich zum Beispiel sagen, auf jeden Fall Labyrinth oder so, aber wie siehst du das? Ähm, also, war das genug? Sorry, dass ich schon breche jetzt vielleicht noch als Ersatz, war das, denkst du, damit kann man eine Liga ausfüllen? Also, war das genug? Ich finde, es war nötig. Ob das jetzt genug ist, um eine Liga auszufüllen, weiß ich nicht. Also, es ist halt wirklich, das ist halt was, was fürs Endgame bestimmt ist halt, ne? Aber ich finde auch, die, auch diese Skilltree-Maven-Geschichte ist auch Endgame, also für, für einen ganz großen Teil in, in der Pioe-Spielerschaft ist das, was letzte Liga passiert ist, auch, glaube ich, gar nicht so relevant. Also, ich meine, klar, wir jetzt schon, aber es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele, die, äh, noch nie ihren Atlas vollgekriegt haben. Also, deswegen, weiß ich nicht, aber grundlegend würde ich schon sagen, dass die, insgesamt die, die ganzen Balancing-Anpassungen waren definitiv notwendig und ich persönlich finde die auch untereinander, ähm, sehr, sehr gut und ich finde es super, dass man jetzt wirklich ein bisschen mehr überlegen kann, was für eine Mechanik mache ich, weil die Mechaniken vielleicht ein bisschen gleichwertiger untereinander sind, hoffe ich zumindest. Das wird sich aber wahrscheinlich erst, äh, in den nächsten zwei Wochen dann zeigen, ob das wirklich so ist oder ob irgendwas wieder so total raussticht. Also, ich meine, so ein paar Kandidaten gibt es ja jetzt schon wieder, aber naja, da kommen wir ja vielleicht später nochmal zu. Ich will nur ganz kurz als Einwand bringen, ich habe das gerade nicht komplett aus, aus, formuliert, also für den Chat allgemein, ähm, diese Liga ging es halt auch darum, dass die Leak-Mechaniken jetzt einzeln wichtiger werden, weil viele, also früher war das so, du hast eine bestimmte Leak-Mechanik gemacht und in der konntest du quasi alles andere finden. also konntest du aus einer alles bekommen und die haben sich jetzt wieder darauf fokussiert, dass man zum Beispiel nur die Ebbes-Gürtel aus der Ebbes-Liga bekommt, ähm, wenn man Breach farmen sollte, man jetzt lieber Breach farmen und, 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 also das ist quasi die Intention gewesen, auch unter anderem und, äh, das wird aber natürlich erst alles zum Tragen, wenn man, ne, soweit ist, dass man ins Late-Game kommt. Sorry, das war nur kurz ein Einwand. Ja, es fühlt sich auch alles, finde ich, ähm, seltener an, also ist zumindest mein Gefühl, das kann natürlich jetzt auch an der geschrumpften Spielerzahl im Vergleich zur letzten Liga liegen, aber insgesamt fühlt sich, finde ich, einiges zumindest seltener an, ähm, da kommen viele Sachen zusammen, äh, Fractured Maps und so weiter, ne, und, ähm, genau, ich glaub, du bist nicht gemutet, Dexter. Sorry, sorry, Leute, äh, ich muss kurz antworten. Es war russisch, ihr habt's nicht verstanden, oder? Ne. Ähm, also ich hab nur Stream gemutet, aber nicht, äh, Discord deswegen, ihr habt's nur gehört. Sorry. Ah, okay. Ähm, alles klar. Ja, also, grundlegend finde ich, ähm, gute Balancing-Anpassungen war nötig, ich find's, äh, super, es fühlt sich alles ein bisschen seltener an, und, ja, ich find's gut, mir gefällt's, bisher zumindest. Zufrieden? Toaster, wie sieht's bei dir aus? Zu dem Rest? Außerhalb Ultimat? Ähm, nö, an sich auch, also, viele Sachen, wie gesagt, waren ja eigentlich überfällig, ne, sowas wie wenn man einen Mastermind tötet, dass man im Prinzip seinen ganzen Progress im Syndicate, äh, äh, Board verliert und im Prinzip nichts von bekommt, äh, find ich sehr gut, genauso wie die ganzen anderen Changes, zum Beispiel jetzt Breachstones, ne, sind auf einmal wieder was wert, genauso wie Breach Blessings. Stell dir vor, in den ersten Tagen war ein Blessing of Soft irgendwie ein Exalted-Werde, muss man sich erst mal vorstellen, das war total verwirrend für mich auch. Und, ähm, diese, diese Changes, ich find die, wie gesagt, ich find die sehr, sehr gut, und die bringen einem auch dazu, mehr zu spielen, und ich glaube schon, dass die Changes, äh, für die Spieler, die wirklich im Endgame dann auch spielen, ähm, so ein bisschen das Interesse wecken, vor allem, wenn sie halt ein Soft-Coffee wegnehmen, wie so wie diese Freckshut-Maps, ein bisschen das Deep-Delving und so, ne, find ich an sich schon gut, ja. Ich denke, dass viele Spiele halt auf dem Punkt momentan sind, dass sie etwas Neues finden müssen, was sie halt im Prinzip beim Spiel begeistert. Ja. das halt so, ich meine, also natürlich, so, erster Stelle ist halt bitter, wenn halt viele Endgame-Sachen, die man erkennt, weggenommen werden, aber ich denke, auch im Long-Term ist es besser für das Spiel, ehrlich gesagt, wenn sich halt das Meta entwickelt hat, vor allem in der Trade-Liga war das halt wirklich eine Stuff, das war wirklich sehr, immer das Gleiche, ne. Du holst den Build, der stark genug ist, 100% Illyrium zu clearen und dann farmst du das den ganzen Tag. Das ist ein Endgame gewesen, das gibt's jetzt halt nicht mehr. Das gibt's immer noch, aber es hat härter Accessible, sozusagen. In meinem Kopf ist das gerade alles verwirrend. Okay, also, letzte Liga, war das also so, dass in der Trade-Liga man hauptsächlich eine bestimmte Taktik hatte? Das war ja das, was so Peth of, wie heißt der Typ, Mef oder so, unter anderem angesprochen hat. Ihr müsst mir das mal kurz nochmal erklären. Was war jetzt letzte Liga Meta und was wurde jetzt entfernt? Und gibt's dafür einen Ersatz? Du hast jetzt, also als Ersatz gibt's keinen. Aber das Meta war sozusagen so, du hast dir halt einen Bereich besucht, den du halt nice fandest, was zum Beispiel letzte Liga halt Canyon zum Beispiel war, wegen den Harbinger Packs, die sehr stark waren. Dort hast du dir dann halt eine Map raus, also hast du dir die 15 Elder Canyon genommen, hast dann halt natürlich diesen Mod von Harvest rausgecraftet, dass Sextanten nicht verbraucht werden. Das war ganz wichtig. So, und dann hast du probiert Beyond zu fracturen. So, und dann hast du halt die Maven Scarab, er Maven Sextanten genommen und halt so im Prinzip die besten Rolls für them, also auf diese Watchdowns gepackt. Und diese Map hast du halt durchs Fractured Fossil immer und immer und immer wieder sozusagen, bist du die ganze Zeit gelaufen. Also, du hast zwar nicht viele Maps geschafft, weil du hast die Map halt irgendwie, also die haben mal ein Kanzler, da haben halt irgendwie Self-Curse-Bilds gespielt. Map war clear in 5 Minuten und danach durftest du halt schön 20 Minuten looten. Tausend Scarewebs pro Map. Das war sozusagen die Meta sozusagen. Okay, aber wie viele Leute haben sowas wirklich gemacht? Das stelle ich mir jetzt erstmal für New Elite davor oder doch nicht. Also, hast du das zum Beispiel gemacht, Lobel? Nein, ich habe das nicht gemacht, aber ich meine, durch diese Self-Curse-Geschichte und so, war das halt echt, also man hätte das machen können, das hätte, viele Leute hätten das machen können. Und das haben, glaube ich, auch viele Leute gemacht. Das hat man insbesondere, finde ich, an den Scarab-Preisen gesehen. Die waren wirklich unterirdisch. Also, teilweise hast du, teilweise hast du, zum Beispiel, vor allem aus der Dave-Sicht halt, also normalerweise war das halt so, dass du halt so, so zwei Ex pro 65.000 so viel bezahlt hast, so zwei bis drei Ex meistens. Also, meistens haben wir jetzt diese Rusted Scarabs zum Beispiel und meistens so, so fünf bis zehn Chaos gekostet pro Stück. Und die waren halt teilweise, hast du halt für eine Ex, die Ex war wie 110, hast du halt teilweise 300 Scarabs bekommen, also, Polish Scarabs und das war halt, also, es war allgemein, war einfach zu viel da. Okay, und das wurde ja jetzt entfernt, weil man nicht mehr kopieren konnte, das Self-Curse wurde, glaube ich, auch genervt, ne? Geht überhaupt Self-Curse noch? Nein, Self-Curse ist nett. Also, bis zu einem gewissen Punkt, ja, geht es halt immer noch, aber es ist, es wird immer schlecht. Also, es ist halt nicht mal an dem Punkt, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt auf jeden Fall worth it, oder so, das zu machen. Du bist mit normalem Bild, bist du meistens, also vor allem im Ultimatum, halt so, so ein Thema halt so, wie Essence Trainer oder so. Trotzdem willst du Headhunter haben, ne? Also, Self-Curse hat nicht nur was mit Headhunter zu tun gehabt. Nein, 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 es ist halt auch ein ikonisches POE, ehrlich gesagt, ne? Also, in Softcore Trade League ist es eigentlich, für die meisten Spieler ist es halt ein Ziel, musst du auch so sehen, ne? Irgendwann mal einen Headhunter zu haben, sei es nach einer Woche, sei es nach zwei Monaten, aber für viele ist es halt so ein Driving Part, das überhaupt zu bekommen. Ja, ist ja das, was GGG oder Chris Wilson ja häufig sagt, warum die es nicht entfernen wollen, so ein Item, weil das immer noch so ein Chasing-Item ist. Sie wollen halt mehr davon haben, ne? Aber das ist immer noch so ein Chasing. Ist das für dich auch eins, Lobo? Holst du dir jedes Mal einen Headhunter? Ich sag auch immer, ihr merkt schon, manchmal habe ich eine nicht so optimale Meinung über Softcore. Jedes Bild ist halt ein Softcore-Bild, äh, Quatsch, ein Headhunter-Bild in Softcore. Oder bei QtDoc wird das immer gesagt, er spielt nur Headhunter-Bilds, spielt eigentlich keine Rolle, was für ein Skill er benutzt. Ähm, ich weiß halt nicht, ist das für dich ein Thema, Headhunter? Ich hatte letzte Liga meinen ersten Headhunter. Und? Seitdem jetzt immer, oder? Also, ich finde Headhunter mittlerweile gut. Mittlerweile sieht man wenigstens ein Bildschirm, also die haben das ja reduziert auf 100 Prozent. Genau. Also, ich glaube, also, wenn du, also, zumindest ist das bei mir so, ich meine, ich spiele nicht genug, dass ich das, ähm, wirklich, wirklich schnell in Week 1, 2 oder 3 erreiche. Und, äh, für mich ist das dann nochmal so ein Boost, weil ich dadurch dann halt Content besser farmen kann, ähm, der vorher vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen wäre oder ein bisschen langsamer gewesen wäre, was mir dann wieder ermöglicht, ähm, neue Sachen auszuprobieren oder neue Sachen, Sachen zu bezahlen halt, ne? Das ist bei mir im Moment halt so der Aspekt. Ähm, ähm, das ist auch gleichzeitig der Grund, warum ich ohne Stream eigentlich nie einen Headhunter, ähm, hatte, ähm, weil ich eigentlich schon, bevor ich genug Currency für einen Headhunter hatte, mit der Liga fertig war quasi, weil meine Motivation, in Anführungszeichen, weg war. das hat sich jetzt halt durch dieses Stream ein bisschen bei mir geändert, weil ich halt gerne dann Sachen einfach noch ausprobiere oder lieber Sachen ausprobiere. Und dafür ist der Headhunter halt für mich einfach ein Werkzeug, um Mechaniken, ähm, besser abusen zu können. Abusen, mhm, schönes Wort. Ja. aha, Software sagt also auch zu Headhunter Abuse, verstehe. Äh, Toaster, wie ist das für Hardcore? Ist Headhunter ein Thema im Moment? In der Meta so? Zum Teil schon. Also, nicht so groß in der Meta. Es gibt nicht so viele Leute, die in Headhunter investieren, allein schon, weil, weil es nicht so viele Headhunter gibt. Und wenn man mit einem Headhunter stirbt, ist das natürlich auch doof, ne? Ähm, ich von mir kenne es, ich habe früher, also vor Jahren, sehr oft mit einem Headhunter gespielt, allerdings nie Self-Curse, also immer relativ normalen Headhunter halt. Und, ähm, ich finde das extrem stark, vor allem, wenn man, wenn es halt um Clearspeed geht, man versucht, das Maximum rauszuholen, extrem schnell zu pushen, äh, sowas wie diese Legion Encounter, ne, Timeless Conflicts. Aber ich glaube, dass das kein so großer Platz in der Hardcore-Meter ist. Also in Softcore siehst du es eigentlich am League-Ende, diese 10.000 Leute im PE-Ninja, die haben da irgendwie zu 30% Headhunter in Softcore, in Hardcore nicht ansatzweise. Und, ähm, so viele wird es auch niemals geben, ne? Also es gibt keine 10.000 Headhunter in Hardcore, nicht mal 1.000, nicht mal 500. Und ich finde das eigentlich ganz okay, ne? Wenn man es haben will, kann man es bekommen, kostet dann halt auch ein bisschen, man hat das Risiko, dass man verlieren kann. Also ich finde es eigentlich ganz gut balanced in Hardcore. Wie ist das eigentlich, diese Liga, das wurde ja auch geändert. Headhunter ist jetzt ein, also es wurden ja bestimmte Unix jetzt, äh, für die, kann man jetzt überall quasi finden. Ist jetzt Headhunter seltener oder häufiger? Sehr selten. Also ich würde auch sagen seltener. Also es ist nicht, also keiner weiß, ob du jetzt immer noch Nemesis auf die Map machen musst, weil es gibt ja, ich glaube, einen Standard hat es jemand probiert, ne? Da hat jemand Tau, nee, ich glaube, 800 Ancient Ops auf dem Leatherbelt geballert, ne? Nicht so ausgekommen. Also es ist sehr ungewiss, aber ich glaube, in Softcore Trade gab es legit den ersten Headhunter erst zu kaufen, irgendwie am Tag 5, ne? Oha. Also, also es gab irgendwie, es gab irgendwie so 30 Mirrors und 0 Headhunter, ne? Okay. Also es ist, es ist ein sehr, 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 sehr seltenes Item. Okay, das ist also ein Verhältnis. 30 zu 1 Headhunter zu Mirror, das ist echt krass. Es gab, was ich aber vorhin meinte, ich muss jetzt immer kurz weg, weil ich, so was will ich mir erklären. Bestimmt wollte ich dich fragen. Du kommst aber nochmal zurück, ja? Ich, ich beeil. Ich will noch Delph wissen. Ich beeil mich. Bis gleich. Ja, bis gleich. Okay. Ja, gut. Also muss ich fairerweise sagen, dass es ein Hardtower genauso viel Headhunter wie immer gibt. Also sie haben halt die Divination Card Drops genervt, dafür droppen die so normal. Ich habe auch heute und die letzten Tage mal vorbeigeschaut, das ist ganz normal wie immer. Okay. Ja, gut. Sorry. War nur für mich interessant, weil ich war mir nicht sicher, was jetzt das genau bedeutet. Weil einerseits kann jetzt natürlich jeder finden, der nicht explizit danach sucht. Andererseits natürlich, ne? Die explizit suchen werden ihn jetzt deutlich seltener finden. Aber was das jetzt bei der Economy ausmacht, weiß ich gar nicht. Äh, weiß nicht. Ja. Aber anscheinend gibt es da einen Unterschied. Ich glaube auch, in Hardcore suchen explizit weniger einfach Leute, danach kann das sein. Also farmen explizit weniger einen Headhunter. Und dann würde natürlich... Es farmen weniger einen, genau. Aber es gibt auch weniger. Genau, das ist der Zufallespekt wichtiger. Okay. Ja, ich denke auch. Ja, ja. Stimmt. Gut. Ähm. So. Genau. Äh, ein Thema, über das ich noch ganz kurz spreche, bevor wir zu Bills und so weiter kommen. Ähm, wie findet ihr die... Also, die Meta Letzte Liga war ja auch sehr stark von, ähm, wie nennen sich die Dings mit dem Pflanzen? Harvest? Genau. Harvest. Durch Harvest. Äh, ja. Also Harvest war ein Thema, seien wir mal ehrlich. Und diesmal ist Harvest ein ganz, ganz anderes Thema. Und zwar im negativen Sinn, dass viele Leute jetzt sich beschweren. Also ich sag nur ganz kurz als Vorwort. Also früher war das so, du hast quasi dein gesamtes Lead-Game-Gear, zumindest in Solo-Selford, in Trade Laker kann man natürlich was kaufen, aber wenn du dir selbst etwas herstellen möchtest, war Harvest das Nonplus-Ultra. Du hast zum Teil deinen gesamten Atlas so aufgebaut, dass du nur Harvest hattest. Und als Racer hat man sogar den Trick noch weiter gemacht. Und zwar gab's den Trick, wenn man Oshabi nicht angesprochen hat, dann, äh, hat man sofort erkannt, wenn man in eine Map reingeht, ob diese Map Harvest hat oder nicht. Wenn man diesen Trick natürlich noch zusätzlich gemacht hat, konnte man später sich, sagen wir mal, ähm, du hast dein Map-Atlas so aufgebaut, dass du Tier 15 oder Tier 16er Maps gefarmt hast und dann Tier 11er Maps in einem Gebiet hattest, dass du, also du hast quasi Maps gespart und sie dann sofort weggeschmissen. Du bist in eine Map reingegangen, hast geschaut, ist da Harvest drin? Ja, nein. Wenn nein, bist du sofort rausgegangen, hast die nächste Map aufgemacht. Also hast du quasi deine gesamte, ähm, Farming-Strategie darum umgebaut, dass du nur Harvest gemacht hast. So, und diese Liga haben sie jetzt nicht nur die Crafts genervt, also bei B-Clust oder beim, bei, nee, Quatsch, beim, beim Catmaster-Talk, äh, haben die zum Beispiel gesagt, dass, glaube ich, also Grim, Grimroor hat das zu Softcore-Tradleger, glaube ich, gesagt, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Grimroor sein? Ja. Ja, äh, der hat irgendwie gemeint, dass in der ganzen Zeit, in deren Gruppe haben die, glaube ich, nur ein einziges Mal ein Argument gehabt, irgendwie ein Chaos-Argument oder so und sonst gar nicht. Und, äh, also, die haben nicht nur Crafts entfernt, sie sind, die, die noch drin geblieben sind, sind super selten geworden und insgesamt ist halt Harvest sehr viel, äh, seltener geworden. Ähm, man hat, kriegt halt sehr, sehr viel weniger Optionen. Also so, dass einige Spieler sagen, Harvest lohnt sich nicht mehr. Also das als Hintergrund erstmal. Ähm, Lowep, wie sieht das bei dir aus? Also Harvest, Thema für dich, äh, ja, wie stehst du zu dem Thema? Also, weil das ist ein Gemütsthema für viele. Ja, ich weiß, also, ähm, ja, viele, viele finden das, glaube ich, sehr, sehr schlimm oder fanden das sehr, sehr schlimm, weil es halt nicht mehr möglich ist, Items zu sehen, die, die wir die letzten Ligen mit Harvest gesehen haben halt. Also die, die zwei Ligen, wo wir Harvest hatten. Ähm, das ist jetzt halt einfach nicht mehr so möglich, diese AA-Plus-Items quasi zu haben oder die sind so selten, dass, dass niemand sie benutzt oder niemand, also der Normalo wird sie nicht tragen oder kaufen können oder craften können. So, ähm, ich finde das ziemlich gut und ich finde Harvest ist sich jetzt, deswegen habe ich gesagt, ich bin froh, dass diese, oder diese Balancing-Anpassungen, die waren halt einfach nötig, weil ich bin froh, dass das Harvest jetzt irgendwie auf Augenhöhe mit anderen Mechaniken ist, ne? Also es ist jetzt nicht mehr so, dass, dass man muss Harvest machen. Man muss immer diesen, diesen, ähm, diesen Harvest machen, ähm, um, um irgendwie einigermaßen mitschwimmen zu können mit der, ähm, mit der, mit der Trade-Meta, sage ich jetzt mal. Aber, ähm, es ist trotzdem immer noch sehr, sehr gut. Also man kann unheimlich viel Currency da drin machen, man kann richtig gute Crafts machen, also als Beispiel ne Hunter-Chest mit, ähm, mit, mit Crit-Chance ist super easy oder Frostbite-Ringe am Anfang, hab ich, ich hab nur Caster-Mods, ähm, gesammelt in Harvest, also ich bin nur reingegangen, hab geguckt, ähm, hab ich Caster hier, wenn ja, dann sammeln, 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 hab mir für zwei, drei Chaos, ähm, hohe Base, ähm, ähm, Ringe von Redeemer geholt und hab meine ganzen Caster-Mods da drauf gezimmert und jeden Ring für 50 bis 80 Chaos verkauft, nur weil Frostbite drauf war und keine Ahnung, man kriegt den halt bei jedem, bei jedem zweiten Craft und es gibt hunderte von solchen Mechaniken, es ist halt einfach ein gratis, gratis garantierter Chaos-Spam, also ist immer noch super OP, meiner Meinung nach und ich find's gut, dass dieses super Endgame, ähm, ja, perfektes Gear-Farming über Harvest nicht mehr möglich ist. Ich weiß, einige Zuschauer werden mich dafür hassen, dass ich das sage. Okay, ähm, Toaster, wie sieht deine Meinung dazu aus, so Horst? Ja, ich muss auch sagen, dass es halt letzte League viel zu polarisierend war, also wenn man wirklich sein Atlas danach baut, einfach nur Garten zu verarmen, dann ist das irgendwie, sollte das eigentlich nicht so sein, das sollte eigentlich nicht der Sinn von Path of Exile sein, dass man im Garten rumsteht den ganzen Tag. Ähm, von daher find ich's grundsätzlich gut, dass es genervt haben, ich bin zwar persönlich der Meinung, dass es zu stark genervt haben, weil man wirklich schon in Situationen kommt, wo man sagt, nee, ich geh jetzt nicht in den Harvest, das kostet mir zu viel Zeit und dann krieg ich nicht mehr raus. Also du schon übersprichst manchmal. Ja, ich kann zwar hundertprozentig zustimmen, dass man die Krafts richtig, wenn man sie richtig verwendet, sehr viel, kann man sehr viel Korunzi machen, gerade sowas wie Curse-Ringe zum Beispiel, aber, ähm, irgendwann denk ich mir auch so, Harvest dauert zu lang, da muss gucken, welchen Kraft, welches Item nehme ich dafür, muss eigentlich alles maximieren, damit es nicht ewig dauert, dass du alles gebacken bekommst, wenn du halt jetzt nicht gerade irgendwie einen Kraft-Target-Farmst, oder das heißt, wenn du nicht irgendwie das Ziel hast, ich will jetzt das Item craften und das Item craften, dann ist Harvest mittlerweile einfach ein bisschen lästig, weil meistens bekommst du immer nur diese Chaos-Crafts, die kannst du auch genauso mit den Fossils craften, ist ja eins zu eins das Gleiche, ne, und, ähm, da fehlt so ein bisschen, ja, ich würde sagen, das ist ein bisschen rare, wenn ich höre, dass sowas wie eine Oshabi, also dieser Endgame-Fight vom Harvest, äh, seltener als ein Mirror in Software ist, dann denke ich mir doch, dass da irgendwas nicht, nicht sein kann, echt? Ist das so selten? Also ich hab's zumindest so gehört. Ich hab's auf jeden Fall noch nicht gesehen und letzte League hatte ich zu dem Zeitpunkt, glaub ich, schon zwei gemacht. Ah, stimmt. Also ich hatte noch kein einziges Tier, Tier-4-Biest und ich hab schon Level 100er gemacht und noch mehrere Charaktere, also, wie gesagt, ich hab auch extra die Regions gefahren mit den Harvest-Packern, Passives. Irgendwann war mir das so doof, hab gesagt, okay, jetzt back ich aus Harvest raus, weil, äh, 100% krieg's Chancen, Tier-4-Bosse bekommen, bei 0% Chance ist immer noch 0%, ne? Von daher war mir das dann auch irgendwann egal. Ähm, von daher denke ich, dass es gut ist, dass es genervt wurde, aber es wurde halt einfach in gewisser Weise zu stark genervt. Ähm, ich denke, oder, die andere Möglichkeit ist halt, dass man Harvest komplett entfernt und die Crafts irgendwie anders verpackt, weil, ich bin generell der Meinung, dass Harvest eigentlich nicht die Lösung des Crafting-Systems sein kann. Eigentlich müsste man da was anderes finden. Okay, also ich hab zwei Punkte jetzt dazu, ähm, erstens eine Frage, für mich ist Harvest, ähm, jetzt, wo's diese, also erstens, vielleicht doch andersrum gesagt, erst mal den Punkt feststellen, äh, diese seltenen Crafts kannst ich persönlich nicht mehr damit rechnen. Also ich bin, spiele einfach Harvest, für mich ist jetzt, ähm, Fossil Crafting. Und das ist jetzt der zweite Punkt, den ich sagen würde. Also für mich ist Harvest jetzt Fossil Crafting im Endeffekt, bloß ich will kein Delph machen, weil Delph kann ich, muss ich vom Atlas raus und ich möchte die ganze Zeit im Atlas verbringen. Ähm, deswegen wäre für mich die Frage an die Trickleaker-Leute quasi an euch, äh, warum holt man sich, kauft man sich nicht einfach die Delph, äh, die Delph-Fossile und dann hat man ja quasi alles, was man braucht oder nicht. Also im Endeffekt, man kann das ja überspringen, über anderen Konten Geld verdienen und dann einfach die Fossile kaufen mit denen zum Craften. Ja. Bis auf die ganze Zeit super seltenen. Eigentlich, oder? Ja, klar. Also zum Großteil, ja. Also es gibt halt so ein paar Spezifika, die Harvest noch stark machen, die auch nicht allzu selten sind. Zum Beispiel diesen Lucky Divine Orb, ne, Divine Orbs gehen auch in den Kreis so in die Höhe, das lohnt sich schon. Genauso wie dieses Keep Prefix oder Keep Suffix und Re-Roll das andere, ähm, äh, genauso wie Change, den Breach Stone in den anderen Wechseln kriegt man andauernd Shajula raus. Also so ein paar coole Sachen gibt's im Harvest schon. Aber, ähm, im Durchschnitt ist es eigentlich die Zeit nicht wert, wenn man jetzt nicht wirklich genau weiß, ich will jetzt das und das craften oder jetzt einen Curse Ring craften, um Profit zu machen. Weil da kannst du auch genau so zwei Ultimatums farmen und kriegst ja dann eine 30 Chaos Ops raus. Also, ganz, ähm, direkt gefragt, ähm, also wir sind so ein bisschen heute, äh, es ist sehr viel allgemein gelabert, aber wenn ihr jetzt den Zuschauern empfehlen würdet, ähm, wenn es zum Meta geht, also wirklich effizient etwas bekommen, würdet ihr sagen, ihr würdet noch in Harvest reinskillen, in die Notes zu Harvest, weil ich persönlich mach's nicht mehr bei meinen neuen Ligen. Wie würdet ihr das mal, also würdest du empfehlen, ja oder nein? Zum Beispiel, man kann ja Ritual jetzt zum Beispiel skillen anstatt Harvest zum Beispiel. Also, ähm, ich, also ich persönlich, ähm, hatte, hatte das auch schon in meinem Video gesagt, ich, ich würde das auf jeden Fall nicht machen, ähm, im Moment, weil, also, ich, ich finde, es ist Harvest trotzdem relativ oft da, auch wenn du das nicht geskillt hast, zumindest, vielleicht bin ich auch lucky gewesen, keine Ahnung, auf jeden Fall hab ich's schon relativ häufig gesehen und, ähm, wenn, wenn man dann Harvest macht, entweder man skippt es total oder man sucht sich halt einfach zwei, drei Scrafts aus, die man in seinen Horti Craft tut, also wie zum Beispiel Caster und, keine Ahnung, mein Ding Crit oder so, weil man weiß, dass man damit irgendwas craften kann. Ähm, so würde ich das halt machen und dann kauft man sich irgendwann ein Basement und verrollt die, die Mods, die man gesaved hat. Okay, oder man skippt es halt komplett. Ich glaube, man muss aber mal abwägen, was es sonst in dieser Region gibt, ne, wenn wir jetzt zum Beispiel von Helva Kamnett sprechen, das, die wurde ja letzte League extrem gefarmt, ähm, da sind die Harvest Nodes theoretisch auch noch recht stark, wenn man erstmal vergleicht, dass man zum Beispiel diese Essence-Node nehmen kann, wo man immer sehr gute Essences in jeder Map findet, dann gibt's noch diesen Zahna-Mod mit Essence dazu für zwei Chaos, dann kriegst du halt in jeder Map durchschnittlich fünf bis zehn sehr gute Essences und das ist dann zum Beispiel da deutlich stärker investiert, genauso wie dann zum Beispiel Ritual oder Jun, also ich glaube, da ist das Investment pro Punkt einfach besser als beim Garten. Okay, gut, weil ich dachte, du willst gerade sagen, nee, trotzdem lohnt sich's nicht, da würde ich besprechen. Also ich bin jetzt der Meinung, also ich fange jetzt immer wieder einen neuen Atlas-Progression an, ähm, und ich mach das nicht mehr, ich geh in Essenzen-Ritual, ich hab das Gefühl, das lohnt sich mehr. Bei Hamlet und bei dem anderen Gebiet, da ist halt die größere Frage, da kommst du drauf an, ob du Delver bist oder nicht. Ähm, ich persönlich hab jetzt mal probiert, Breach zu gehen, anstatt Harvest, da bin ich mir selbst noch unsicher, ob das sich mehr lohnt oder nicht. Was würdet ihr sagen? Habt ihr das zufällig getestet, ob Breach sich lohnt? Die Punkte dort in Breach zu investieren? Bei dem, ich weiß gerade nicht, wie der Name ist des Gebiets. Ähm, welches? Von welchem Gebiet hast du? Das andere Harvest-Gebiet. Lex Proxima. Lex Proxima, genau. Okay, ja. Das ist ja das einzige andere Harvest-Gebiet noch. Ja, ja. Also ich hab das, nee, sag du ruhig erst. Okay. Ähm, also ich hab von Anfang an auch in Breach geskillt, weil ich eben, ähm, vermutet habe, dass Breach relativ gut für die, für die Wirtschaft sein wird. Also, ähm, sei es, sei es die Splinter, sei es die Blessings, ähm, später vielleicht auch zum XP-Farm und so. Also, deswegen hab ich relativ früh eigentlich schon gesagt, dass ich das probiere. Ähm, hat sich am Anfang eigentlich auch ganz gut ausgezahlt. Also, ich hab die Breach, oder bin die Breaches selber gelaufen und, ähm, hab dann entsprechend die Items halt verkauft, die da gedroppt sind, die auch wirklich sehr, sehr teuer waren am Anfang. Ähm, ja, das war eigentlich eine gute Sache, finde ich zumindest. Ähm, Allerdings sind die Preise natürlich auch enorm gedroppt jetzt in, in, in der Trade League zumindest. Ähm, muss man mal gucken. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, gibt es schon einige gute Experimente auf Reddit. Ich hab da heute, heute Mittag mal so ein bisschen reingeguckt gehabt, ähm, wo, wo Leute das halt getestet haben. Also, im großen Stil mit, mit Sextanten, mit, ähm, mit Map-Mod oder Map-Device, ähm, Sana-Mod für Breach. Und, das zahlt sich, glaub ich, ganz schön aus. Also, ich hab irgendwie, keine Ahnung, ich hab irgendwie was von 8 Stunden, 35 X oder so im Kopf. Aber ich kann mich jetzt auch gerade irren. Also, es ist irgendwie nur, ja. Nee, also, ähm, genau. Ich hab zwar Breach am Anfang nicht gefarmt, aber ich, als ich halt die ersten Pure Stones und so dann, äh, geupgradet habe, hab ich mich halt gewundert, wie ein Soft-Blessing ist so teuer. Und ich hab da auch mit ein paar Kollegen diskutiert und sind auch zum Inschluss gekommen, dass diese Breach-Schnauze da so stark sind, wenn man sie richtig einsetzt. Gibt auch noch diese Watchdowns, wo ich sagen kann, es hast 100% höhere Chance, dass du zum Beispiel Schajula oder Ulne Toll bekommst, ne. Und, ähm, ich hab ja auch ein Reddit-Thread dazu gelesen, dass da einer in den ersten Tagen ein paar Büros damit gemacht hat. Also, ich glaub, richtig eingesetzt kann man damit vor allem in der Trade League extrem viel rausholen. Ja. Okay, droppen die Preise jetzt? Oder würdet ihr den Leuten jetzt immer noch empfehlen, vielleicht mal umzuskillen? Ähm, vielleicht das mal probieren, zu fahren und so? Als Strategie quasi? Also, ich glaub ehrlich gesagt, dass die Blessing-Preise zum Ende hin wahrscheinlich noch teurer werden. Kann ich mir vorstellen. Also, jetzt zum ganz Ende nicht, aber ich, vielleicht werden sie jetzt vielleicht nochmal ein bisschen teurer. Also, zumindest war's, war's, ähm, in Softcore, ähm, Trade League so, wenn ich das so richtig verfolgt habe, dass die Blessings am Anfang relativ teuer waren, dann wieder relativ günstig waren, ein, zwei Tage und jetzt gerade wieder im Preis anziehen. Aber ich kann mich auch irren. So mein Gefühl. Und ich glaube halt, fürs Endgame, wenn die Leute, ähm, die Pure Breachstones rennen wollen, um, um ihre letzten Level zu machen, wird der Preis nochmal anziehen. Kann ich mir vorstellen. Genau. In Hardcore ist das auch mal so, wenn es dann ein paar Leute gibt, die dann Pure Breachstone Rotation fahren, da gibt es halt nicht so viele, aber wenn es dann halt welche machen, dann sieht man auch direkt, dass zum Beispiel jetzt Blessing-Preise hochgehen oder diese, diese Upgrades für die, ähm, Breachstones im Research Safehouse von Jun. Und ich würde sagen, dass sich diese Note einfach generell lohnt. Also, wenn man mal schaut, was man da alles bekommt, was man da im Vergleich bei anderen Notes in der, in der Region bekommt, würde ich das auf jeden Fall als erste Notes, das gehen, ja. Okay. Jo. Nice. Ähm, gerade wo wir dabei sind, ich finde das Thema gerade interessant. Äh, was würdet ihr denn sonst zu den Gebieten geben? Gibt es irgendetwas, was hier, ja, du hast zum Beispiel von Harbinger erwähnt, das könnte ein interessantes Thema sein. Wie sagst du denn zu den neuen Harbinger Notes im Toaster? Ähm, ist das jetzt, wie viel Prozent schlechter würdest du sagen, ist das jetzt? Weil ich habe es zum Beispiel auch sehr intensiv getestet. Ähm, also was heißt sehr intensiv? also, so das halt vom Verhältnis halt, man muss halt immer darauf achten, dass es diese Leaks so Zahner-Mods gibt, die sehr gut mit manchen Atlas Passives synergieren. Und es gibt halt auch den Harbinger-Mod, wodurch du zwei extra Harbingers für viel Chaos bekommst, wodurch ja im Endeffekt in der Waldos Rest Region bekommst du ja einen garantierten Harbinger-Boss. Es gibt jetzt ja nicht mehr diesen Harbinger-Remenforcement, wo du irgendwie zehn Harbingers hast, sondern jetzt kriegst du so einen Boss und der spawnt halt bei so einer halben oder einer Minute lang ganz viele kleine Harbingers. Und ich hab zwar nicht allzu intensiv gespielt, aber ich muss sagen, dass dieser Harbinger-Boss doch recht viele Exalted-Charts droppt. Und der Kollege, der Level 100 in dieser Harbinger-Song gemacht hat, hat auch erzählt, dass er da Dutzende Exalteds nur durch diese Note bekommen hat und hunderte Annulment-Orbs und so. Also auch sehr viel XP. Also es scheint wohl noch extrem stark zu sein. Vorausgesetzt, man hat mit Proximity Shields keine Probleme. Aber das liegt auch rein an dem Zahnermot. Gäbe es diese Zahnermot nicht mit den zwei durch den Harbingers, wäre es nicht mehr so stark. Herr Lope, hast du das zufällig getestet? Ich weiß gar nicht, ob das Thema bei dir war. Ich habe es gestern tatsächlich kurz einmal getestet, bevor ich gestreamt habe, weil ich habe ihn ja eigentlich totgesagt hatte. Aber ich hatte dann noch mal ein bisschen diskutiert mit ein paar Leuten und habe dann noch mal so ein paar Sachen ausprobiert und es ist tatsächlich so, wenn man also später, also wenn man den Atlas freigespielt hat und dann entsprechend Zugriff auf den Atlas-Mod, auf den Sahnermot hat, dann zusätzlich noch mit Scarabs arbeitet und dann vielleicht auch noch die Metamorph-Geschichte mit dazu nimmt, die ist ja auch in der Region, und dann auch noch mit einem Metamorph-Scarab arbeitet, dann kriegt man glaube ich insgesamt da auch eine ziemlich lukrative Farming-Taktik, die wahrscheinlich doch sehr, sehr gut ist. Also wahrscheinlich ist Habinger immer noch gut möglich und genau das mit diesen X-Charts habe ich halt auch gesehen und gelesen, dass das fast bei jedem King irgendwie so, ja so im Durchschnitt irgendwie drei, vier X-Charts droppen sollen. Okay, also es war vielleicht von mir blöd, das so zu fangen. Ich hätte vielleicht von meiner Erfahrung erzählen sollen, weil ich habe das relativ ausführlich getestet und zwar, ich habe nämlich letzte Liga beim Gauntlet meine gesamte Atlas-Strategie auf dieses Gebiet aufgebaut, das haben viele Leute gemacht und zwar war meine Überlegung, dass ich meine Items über, also es ist ja Solo-Selford, das heißt ich muss Unique-Items mir selbst erfahren und die beste Stelle, um Unique-Items zu bekommen, ist eben die Ancient Orbs. Also bei mir ging es nicht um Exalted Orbs, sondern es geht da wirklich um Ancient Orbs. So, ich habe damals in Gauntlet-Mods, Gauntlet-Mods bedeutet, dass die Gegner dreimal so stark sind, reinhauen und zweimal so tanky sind, also ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, übertragbar auf die normale Liga, aber ich habe damals mit einem schnellen Build circa acht Ancient Orbs pro Stunde gemacht. Das heißt, ich hatte acht Versuche auf, also ich musste eine Rumi-Flasche bekommen, darum ging es halt, ich musste Unique-Flaschen bekommen, beziehungsweise das Lion-Schild und so und ich hatte dann quasi pro Stunde acht Versuche, diese Flasche zu bekommen, entweder eine Taste of Fate oder eine Rumi. So, das habe ich diese Liga wieder probiert und ich muss sagen, es ist ungefähr 30% schlechter ohne den Sanamod. Das Spiel, der Sanamod spielt für mich nämlich gar keine Bedeutung und zwar aus dem Hintergrund die Taktik Harbinger droppen nicht mehr oder weniger, nach meinem Gefühl, zumindest letzte Liga war das so, diese Liga habe ich das nicht getestet, aber letzte Liga war das so, dass die nicht deutlich mehr gedroppt haben auf einer T16er-Map als auf einer T1er-Map. Das war besonders bei so einer, normalerweise ist das nicht der Fall, aber hier war das wirklich so, ich habe ungefähr, weiß nicht, 50 T16er-Maps gelaufen und weiß nicht, in der Zeit kann ich natürlich 100 T1er-Maps laufen. Und da hatte ich dann im Durchschnitt quasi ungefähr die gleiche Zahl raus. Also habe ich schnell bemerkt, T1er-Maps kann ich halt ohne Probleme sustainen, also ich habe nicht T1er-Map gemacht, ich habe dann T4er oder so gemacht, aber so weiße Maps und konnte dann eben diese 8 Ancient Ops pro Stunde sustainen. Und das habe ich halt diese Liga wieder probiert und das hat nicht geklappt, ich kam vielleicht maximal auf vielleicht 1 bis 2 pro Stunde ohne die Sana-Mods, wie gesagt, weil zwei Chaos-Ops, ja, das spielt nämlich keine Rolle in der Hinsicht, weil ich habe ja unendlich viele Maps, also ich laufe immer nur, ich gehe in die Map rein und laufe zum Harbinger und dann gehe ich sofort wieder raus. Ich weiß nicht genau, ob das ein bisschen schneller geht, ob man, ich glaube nämlich nicht, also wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Es macht quasi keinen Unterschied, ob du in einer Map drei Harbinger hast und die tötest oder einfach eintötest und dann eine Map neu aufmachst und wieder eintötest, weil das ist ja quasi immer noch die gleiche Anzahl. Also glaube ich nicht, dass das einen Unterschied macht. Kommt auf den Zeitpunkt ein Bestment an, ne? Warum? Wenn du die Map mit den drei Harbingers in der gleichen Zeit machst wie die eine Map mit den einem Harbinger. Ja, klar, das kommt aber fast dasselbe, oder? Ich kenne es vielleicht von den Essence-Modden, ne? Ja. Ich hau da den Essence-Mods für zwei Chaos rauf, bekomme zwei Extra-Essenzen und für die Map baue ich trotzdem genauso lange. Und mit dem Harbinger-Bild, wenn du jetzt ein Softcore mit irgendeinem schnellen Bild spielst, dann wird das, glaube ich, kein, keinen Unterschied machen, ob du da jetzt einen Harbinger oder drei hast. Die spawnen ja nicht auf einer Stelle, weißt du? Ja, aber du hast ja nur die 30% Chance. Das heißt, wenn du keinen läufst, da hast du ja generell eh keinen Harbinger-Boss in einem Drittel der Maps. Moment, die Harbinger sind doch nicht alle drei dann auf einmal der King. Jeder von denen hat eine einzelne Wahrscheinlichkeit. Nee, einer dann. Genau. Genau. Das heißt, du kannst auch in einer Map zum Beispiel gar keinen haben. Und in der nächsten und die nächsten drei Maps hast du wieder jeweils einen oder so. Deswegen versucht man halt möglichst viele Harbinger drauf zu haben, um die Chance zu erinnern, dass man mindestens einen King drauf hat. Ja, aber du kannst ja in der Zeit genauso auch mehrere Maps machen. Aber ich sag mal so, natürlich stimmt das, dass im Durchschnitt wahrscheinlich ihr mehr rausbekommt. Aber ich glaube nicht, dass das sehr viel ausmacht. Also ich glaube, wenn du eine Map nur reingehst, zum, also es ist ja meistens, es sind ja lineare Maps wie, ähm, Canyon, ne? Da findest du, also ich glaube, ich finde den ersten Harbinger genauso schnell wie den ersten und zum zweiten Harbinger. Da ist nicht ein Riesenunterschied. Aber, Gott, wahrscheinlich vielleicht schon. Vielleicht Ehrich, glaube ich. Keine Ahnung, müsste man ausprobieren. Aber gut, äh, ich wollte nur sagen, dass es meiner Meinung nach, ähm, circa schon so 30 Prozent, vielleicht wenn man mit Sandermods macht, sagen wir mal, vielleicht 50 Prozent trotzdem nerf ist. Aus meiner Sicht. aber trotzdem noch wert. Also ich würde es auch immer noch machen. Also ich glaube, wenn du Currency pur haben möchtest, also Solo Cellphone spielst, glaube ich immer noch, dass Harbinger wahrscheinlich eines der stärksten Gebiete ist. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es als erstes killen würde, wegen der Dune-Mod, aber, äh, das wäre nämlich vielleicht die zweite Thema, aber ja, sorry. Hast du denn da mal, ähm, verglich, also Ancient Orbs, stimme ich dir zu, droppen weniger, aber zum Beispiel Exalted Shards, weil mein Gefühl ist zum Beispiel, dass du jetzt deutlich mehr Exalted Shards hast. Das weiß ich nicht. Statt vorher. Also ich hab, der, der, der King droppt auf jeden Fall immer irgendeine Rare Currency. Das ist schon, also es ist eigentlich immer entweder Horizont oder Harbinger oder eben Ancient oder, äh, wie heißt es denn, Null Orbs oder so. Das glaube ich schon. Ähm, und das waren auch übrigens die einzigen. Ich war ja total buff, ne? Das waren die einzigen Null Orbs, die ich bekommen habe zum Beispiel. Als mir ein Kollege erzählt hat, der da extrem krass gepusht hat in der Region und mir erzählt hat, wie viele Exalted Shards unsere bekommen hat, dachte ich mir, okay, ich probiere es auch mal aus und der erste Harbinger Boss irgendwie vier Exalted Shards denkt mir so, wie, vier Exalted Shards einfach nur vom Harbinger Boss, was soll das denn? War das mit den Saner und den Watchstones schon drauf gepusht? Weil das könnte es... Ne, ne, ohne. Ohne, okay. Also wie gesagt, die Ex-Shards sollen relativ häufig sein beim King. Also ich weiß auf jeden Fall in der letzten League, da habe ich da deutlich weniger rausgeholt, jetzt ohne Investment. Aber dafür hast du halt deutlich mehr anderes zu holen. Ja, genau, du hast damals mehr Ancient Ops und so bekommen. Wie gesagt, ich kann es nicht unbezündig bestätigen, aber ja gut, wenn dein Kollege dir vorhin gemacht hat, kann sein, ne. Aber ich denke schon, ich würde schon unterschreiben, ich würde in dem Gebiet schon das Gebiet Arbinger weiterhin benutzen. Also viele haben ja gesagt, nee, das ist tot, das kann man nicht mehr farmen, das ist total sinnlos. Ich würde auch sagen, also das ist immer nicht tot. Also das kann man, vor allem für Solo Cellphone gibt es, glaube ich, immer noch keine bessere Methode, um zum Beispiel Exalted Ops zu farmen. Du kannst nicht drauf hoffen und irgendwo einen Exalted Ops finden. Am besten du farmst das gezielt. Ich habe es auch tot gesagt, aber ich werde es jetzt in den nächsten Tagen auf jeden Fall probieren. Also Multicrafting ist ein Riesenthema und das kommen wir jetzt zu dem nächsten Punkt, den neuen Wildmods und den June Mission. Also ich habe diese Liga zu lieben gelernt. Ich habe mir ein, zwei Items durch June erfarmt und zwar für Solo Cellphone, ich weiß nicht, wie effektiv das ist für Trade Liga, kommen wir ja gleich zu euch. Für Solo Cellphone finde ich, das Geilste, was du diese Liga machen kannst, ist mit Alteration Ops ein Item rollen, sagen wir mal zwei Tier 1er, eine Tier 1er Riese oder so und einmal Tier 1 live sagen wir mal auf den Ring und dann gehst du über die neuen Wildmods und machst da, also klar, du machst erst Rare und dann machst du mit einem Wildmod da noch einen Mod drauf und dann eben den Craft und dann hast du ein richtig gutes Item schon fertig. Relativ fix zu machen oder was du auch richtig geil machen kannst, dass es dann schon, das weiß ich noch weniger, ob das in Trade Liga sich lohnt, aber in Solo Cellphone du rollst erstmal richtig geile Präfixe, sagen wir mal Energy Shield Item, rollst deine Double Tier 1 Energy Shield vielleicht und dann machst du Präfixe Cannot Be Changed und dann machst du einen Wildmod drauf und dann hast du dann quasi einen zusätzlichen Craft, der auch meistens Tier 1 ist. Also ich werde auch bei meinem jetzigen Build zum Beispiel auch so versuchen, meine Axt herzustellen, dass ich den Tier 1 Roll quasi treffe und dann mit dem Wildmod, also Präfixe Cannot Be Changed und dann versuchen den zweiten Tier 1 Mod mit diesem Wild Chaos zu erstellen. Deswegen, also ich bin ein Riesenfan davon. Ich glaube, das ist das Stärkste, was du in dieser Liga machen kannst, unter anderem. Wie seht ihr das? Also lohnt sich, macht ihr sowas mit dem Wildcraft und dem Cannot Be Changed mit dem Metacraft quasi? Ich weiß nicht, Toaster oder? Hast du dich mit dem Thema? Also ich kenne, ja, ich kenne Leute, die es, ja, also ich finde die Weltmods auch sehr stark und ich finde es eigentlich auch cool, dass man auf diese spezielle Weise so starke Mods bekommen kann. Das macht halt, das bringt diesem ganzen Syndicate schon und so weiter eine ganz neue Identität. Das finde ich an sich schon sehr cool. Ich selbst habe mich jetzt nicht so stark damit beschäftigt, Items, speziell mit Wild Chaos Orb so zu rollen, weil man halt auch mal bedenken muss, du bezahlst zwei Axt für jetzt zum Beispiel Prefixes Cannot Be Changed, was wiederum 250 Chaos oder so sind, womit ich dann halt wohlmöglich wieder ein besseres Item hinhauen könnte. Ja, deswegen sage ich für Tricky, ich weiß gar nicht, wie irrelevant das ist. Aber, ähm, wenn man wirklich einen speziellen Weltmod braucht, zum Beispiel diesen 4-Sekunden-Trigger oder Fortify-Effekt oder was auch immer, dann lohnt sich das schon da rein zu investieren, um wirklich ein Late-Endgame-Item zu bekommen. Also, ich finde das eigentlich eine ganz coole neue Craft-Crafting-Möglichkeit. Ja, ich muss, also, ich weiß, dass das geht, mir wurde erzählt, wie das geht und, dass das mega OP ist. Ich glaube, einige haben das auch in Week 1 ziemlich abused, so aus meiner Community oder zumindest kenne ich einen, der es genutzt hat, mindestens. Ähm, ich selber habe es nicht genutzt, habe überhaupt gar keine Ahnung davon, muss ich passen. Also, die Sache ist halt, ähm, man kann es ja, diese Welt-Mods kann man ja auf zwei Arten bekommen, wie ich es erwähnt habe. Einmal mit diesem Welt-Chaos-Orb und einmal mit dem Ace-Link und dann zwar Tier-4-Stufe. Ihr müsst dafür die, äh, also erstmal Ace-Link Tier-3 machen und dann müsst ihr die Tante da töten, äh, wie heißt die nochmal? Katharina. Mit dem Mastermind Katharina töten, genau. Und das ist natürlich für mich immer, boah, das ist nicht ganz so einfach durchzuführbar, vor allem, weil ich meinen Atlas dadurch auch zerstöre. Deswegen, ähm, und Exalted-Obs liegen bei mir immer nur rum, weil die Multicraft, das Metacraft, also mit dem, äh, wie nennt sich das, ähm, dass du quasi, Multimod, Multimod, genau, danke. Den Multimod ist das einzig andere, was du überhaupt Exalted-Obs verwenden kannst, den hat, äh, in Solo Cellfont, außer einfach Slam natürlich, ne, aber das ist meiner Meinung nach meistens verschwendet. Es gibt dafür andere Methoden, wie man Slam kann, ähm, und dafür, also das ist halt etwas, wo ich im Moment all mein Exalted-Obs quasi reinstecke. Also dieses Welt-Chaos-Obscrafting, ich find das so genial für Solo Cellfont. Also das ist für mich das neue Harvest. Also so bekomm ich meine Late-Game-Items. Ich warme mir zwei Exalted-Obs und dann mach ich den Welt, ähm, auf nen Double-Tier-1 Smash-Prefix und das hat bisher sehr gut geklappt. Also ich bin mal gespannt, ob das mit der Axt klappt, ob ich so quasi ne, äh, extrem gute DPS Waffe hinbekomme. Aber schauen wir mal. Jo. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, weil man ja generell in Solo Cellfont nicht wirklich diesen, diesen Nutzungsszenario für den Exalted-Obs hat, ne? Also man kann natürlich mal aus Fun irgendwie seine Chest, also seine Armor exalten oder so, aber man konnte nie so wirklich richtig viel mit anfangen. Von daher finde ich das eigentlich ganz cool, jo. Ja, aber es gibt halt Leo, deswegen sag ich immer, also Exalted-Obslam, ich mach das immer. Ja, deswegen sag ich ja, dass das jetzt ein cooler Use-Case für diese Exalted-Obs ist. Ja, okay. Ähm, ja, aber das hab ich mir schon gedacht, dass das für euch vielleicht gar nicht so ein big Thema ist. Also für mich ist das quasi die größte Neuerung der Liga. Da bin ich, was Crafting angeht, am Hype, ja, der größte Hype für mich. Aber finde ich interessant, dass das für euch gar nicht so eine große Bedeutung spielt. Okay, ähm, habt ihr noch andere irgendwie, also Legion ist, glaube ich, immer noch OP. Ah, genau. Ähm, Incursion. Das wollte ich noch erwähnen, unbedingt. In Cursion finde ich diese Liga extrem nice. Also für Solo-Selford. Das ist jetzt wieder die Frage, ob das in Trader genauso ist. Das ist in Solo-Selford, ist das so? Ich hab, äh, Map-Sustain ist ja ein Riesenthema. Ich, ganz ehrlich, das ist kein Gerücht aus meiner Sicht. Ich hab das jetzt wirklich getestet. Äh, ich bin jetzt bei meinem neuen Run, ich bleib bei Tier Xenermaps stecken und ich bewende, also ich bin ja Racer, ich kenn meiner Meinung nach den Atlas hin und auswendig und ich bin wirklich stecken geblieben diesmal. Das ist noch nie passiert. Und der einzige Ausweg, den ich bisher seh, ist über Alva und zwar, jetzt kann man den Alva-Tempel auf Maps so ausrichten, dass du manchmal zwei bis drei Map-Truhen pro Alva-Tempel hast und da hab ich jetzt einen Alva-Tempel gemacht mit 21 Redmaps drin. Das muss man sich mal vorstellen. Äh, damit waren meine Redmaps-Probleme auf einmal wieder in Ordnung. Also, ne, ein ganz, ganz geiler Tipp. Ich hab sogar das Gefühl, dass aus diesen Map-Chests gar nicht mal die vielen Maps rauskommen, sondern dass es da noch viel coolere Mods in dem Tempel gibt, ne? Zum Beispiel diese Chaos-Pflanzen, diese Poison-Pflanzen, wo du drüberläufst und die deinen Gegner spawnen. Da kriegst du einfach so viele Maps raus, viel mehr aus allen anderen Chests der ganzen Welt. Wenn du diesen Mod auf die dritte Stufe bringst ... Das kenn ich noch gar nicht erzählen. Welcher ist das? Das hab ich noch nicht probiert. Diese Blumen, da läufst du rüber und im ersten, also auf Tier 1 und Tier 2, spawnen dann nur sehr selten Monster, meistens nur so eine Ditching-Cloud, so eine Chaos-Cloud, ne? Und wenn du den Raum auf Tier 3 hast, dann spawnen aus allen Pflanzen eine extrem große Menge an so kleinen Würmern, die einfach so eine enorme Menge an Maps droppen. Ah, cool. Ich war der letzte League, da haben wir so viele Maps rausgekommen. Ich dachte mir, was ist denn hier los, das ist einfach dieser komische Tier 3 Chaos, diese Pflanzen-Motter, ne? Denkt man gar nicht, also ich war damals so verwirrt, dass überhaupt Monster rauskommen und dass sie dann so viele Maps gedroppt haben. Ich hab das ja auch mit den ... Ich hab das gar nicht mitbekommen, krass. Ja, das ist, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen unter dem Radar. Weil Maps-Sustain, ich bin dieses Mal auch ein bisschen hängen geblieben, einfach weil ich watch Maps in einer Region brauchte, um den vierten Watchstone zu bekommen, hab ich nur durch Tradefin bekommen. Ich hab die verdammt nicht getroppt. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, Level 100er gemacht, ich hab 40 Tier 14 Maps, 40 Tier 15 Maps. Muss man sich mal vorstellen. Ich hab zwar jetzt auch nicht viel Alva gelaufen, weil ich's einfach nicht so gerne mag, aber wenn man jetzt nicht speziell drauf aus ist, viele Maps zu droppen, ist Maps-Sustain dieser League echt Katastrophe. Okay. Hm, wie ist das bei dir, Lobe? Hast du das und deine Community vor allem auch das so gesehen oder gemerkt? Ähm, also Alva jetzt generell oder Maps-Sustain? Nee, Maps-Sustain, aber ja, sorry, ich hab jetzt die Idee miteinander vermischt so ein bisschen. Ja, ja. Also kannst du beiden gerne, ne? Ja, genau. Also erst mal zu Alva, ähm, ist mir direkt am Anfang aufgefallen, ähm, ich hab, ich hab die ersten zwei Tempel relativ, ähm, früh und, äh, gut befunden halt. Also ich hab sie früh gemacht und gut befunden. Normalerweise ist das eher so eine Mechanik, naja, oft mach ich den Tempel dann einfach auf und mach ihn einfach direkt wieder zu oder lass ihn einfach verschwinden, weil's sich halt irgendwie oft nicht gelohnt hat, finde ich zumindest. Ähm, aber dieses Mal hab ich richtig, richtig gutes Zeug daraus gekriegt, also direkt am Anfang, ähm, gut Currency damit gemacht, der Boss-Drop, äh, hat sich gelohnt, ist insgesamt einfach alles ein bisschen angehoben, gut geworden. Ähm, da, das find ich auf jeden Fall super. Map-Drop, ich hab extrem viele Leute gesehen und extrem viele Leute haben mir das geschrieben und, äh, gefragt und haben sich darüber, in Anführungszeichen, beschwert. Ähm, ich hatte eigentlich gar keine Probleme mit Map-Drops bis Tier 14 und von Tier 14 bis Tier 15, also so diese Transition zu, von Tier 14 zu Tier 15, da hab ich, glaub ich, wirklich drei oder vier Tage, äh, gefarmt und es kam einfach, ich hab einfach keine 15, 16er Maps gekriegt, bis ich, ähm, einfach, äh, angefangen habe, meinen Atlas-Bonus in irgendwelchen Regionen voll zu klatschen und dann ging's. Aber bis dahin, viele Leute in meinem Chat und so haben halt gesagt, dass sie, dass sie, ähm, Tier 10 und so Probleme hatten, was du auch gerade gesagt hast, das hatte ich irgendwie gar nicht, also da bin ich ganz flüssig durch, ohne Probleme, ich hab keine Map gekauft, erst ab Tier 15 hat's bei mir angefangen. Okay. Ja. Also ich glaube wirklich, dass die was da geändert haben, ich weiß nicht, ob die übrigens zu Map-Drops auch, ähm, Ultimatum ist für mich auch ne Sache gewesen, also wie gesagt, ich teste jetzt grad Leak-Starts, äh, Simulation quasi, die ganze Zeit am Stück und es sieht so aus, als ob Ultimatum, äh, die schlechteste Leak-Mechanik ist für Map-Trops. Es troppen einfach keine. Ich habe, glaube ich, aus meiner gesamten, also ich hab jetzt neu ran gemacht in, äh, ich weiß gar nicht, in 18 Stunden bis, äh, 16 Watchstones gemacht und ich glaube, ich hab da wirklich drauf geachtet, dass ich immer 100% Ultimatum mache, also ich hatte ein relativ starkes Bild, ich hab diesen Gladiator gespielt, also konnte ich immer 100% Ultimatum durchschaffen, fast auf jeder Map und ich glaube, ich habe ein einziges Mal, also in diesen gesamten 18 Stunden, glaube ich, ein einziges Mal aus einer Tier 10er Map eine Tier 3er Map bekommen. Sonst nie. Kein einziges Mal. Ich weiß jetzt nicht, könnt ihr jetzt, äh, selbst überlegen, was das jetzt mit der Sample Size ist, ob das jetzt repräsentativ ist oder nicht, aber davon kann ich halt berichten. Und das war der Grund, worum ich jetzt sage, ähm, wenn ich, äh, Maps pushen möchte, mache ich kein Ultimatum. Ich mache nur Ultimatum, wenn ich die Currency brauche, wie Chaos Ops für Map Atlas Progression. Also, wie gesagt, ich rede immer über Solo Cell Phone, ne, aber, ähm, für Map Atlas, äh, ich lasse Ultimatum weg, weil in der Zeit, also eine Ultimatum-Map dauert, also eine Map mit Ultimatum dauert halt dreimal so lange. Gefühlt. Ähm, ja, vielleicht doppelt so lange oder so, kommt da auf dem Bild an, aber, ähm, ja, deswegen, also Maps sind, ich weiß nicht, ob die sich da verrechnet haben, vielleicht stimmt da eine Null wieder mal nicht, weil, dass die da bei Ultimatum-Truppen Maps und deswegen haben alle andere Mechaniken jetzt weniger. Ja, GranitG Games versucht das immer so ein bisschen zu ändern, ne, die wollen eigentlich, dass man schon investieren muss, um die Maps laufen zu können, also um die wirklich sustainen zu können, das war ja früher furchtbar, als man irgendwie immer an weißen Maps hängen blieb, also nie über Tier 5 überhaupt kam, weil man einfach nichts getroppt hat. Das war ja zum Beispiel, letzte League war es im Prinzip Mapfest, wo man gar keine Probleme hatten. Ja, ich glaub, das ist das Problem, ne, letzte zwei League war zu viel. Ja. Ja, die gehen wir euch darüber dahin wieder zurück, dass man wirklich eigentlich Sextens und so alles benutzen muss, um wirklich sustainen zu können und, ähm, das ist halt so das Problem, weil viele Leute haben einfach gar keine Lust drauf, viele Leute wollen auch keinen Allwahl laufen, um Maps zu sustainen, und ich finde das eigentlich gar nicht so gut, weil, was schadet das CTG, wenn die, wenn die Spieler halt ein paar mehr Maps, Maps droppen, ne, das, das schadet ja keinem, also, weiß nicht. Andererseits werden dadurch natürlich andere Mechaniken dann wieder attraktiver, weil man dann delven muss, vielleicht für Maps zu sustainen oder irgendwie, ich weiß nicht, das ist immer so ein komischer Punkt, es gibt immer diese zwei Meinungen, es gibt immer irgendwie diese zwei Meinungen, entweder man ist jemand, der möchte, wenn ich möchte, will ich nur delven oder nur Alva-Tempel laufen oder es gibt halt die Manchen, die sagen, man soll das Spiel so nehmen, wie es ist, also alles quasi machen, weiß nicht, da gibt's halt Lager. Man soll halt eigentlich zu nichts gezogen werden, ne, man hat so viele Möglichkeiten, dann soll man halt das machen, was man machen will, das machen sie ja im Endeffekt dadurch, dass man zum Beispiel mit Scareps oder Sextons bestimmte Leak-Mechaniken farmen kann, kannst im Prinzip dann Zulfi die ganze Zeit farmen, wenn du es richtig machst und, dass man, dass man die Map-Trops dann so stark beschränkt und eigentlich nicht einfach nur mappen kann, sondern gezwungen ist, was anderes, vor allem im Leak-Start zu machen, finde ich eigentlich super optimal. Okay. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Lulip, bist du ein Freund von, äh, alle Mechaniken machen oder lässt du gerne mal sowas wie Heist mal gerne weg, weil es dir nicht gefällt oder so? Ich bin eigentlich bekannt dafür, dass ich mir Mechaniken aussuche, die ich einfach gar nicht mache und ignoriere. Ich habe letztlich keinen einzigen Heist gemacht. Mhm. Diese Leak habe ich ein paar Mal das gemacht, habe dann aber wieder entschieden, dass ich es nicht mehr mache. und, ja, früher war es Blythe, jetzt ist es Heist, also ich habe immer, Delft mache ich zum Beispiel fast nie eigentlich, also allerhöchstens so bis Tiefe 100 oder so, weil mir das irgendwie zu lame ist, also, keine Ahnung, ich, ich, ich bin, ich suche mir schon immer Mechaniken aus, die ich, ähm, nicht gerne mache und ich bin halt total fixiert auf den Atlas. Ich will am liebsten eigentlich nur im Atlas bleiben und alles, was raus, rausgeht aus dem Atlas, stört mich eigentlich immer. Also, ich habe da immer das Gefühl, dass mein, dass mein Flow unterbrochen wird. Ich weiß nicht, wer versteht, wie ich das meine. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das sind, wie gesagt, diese Lager von Spielern und ich denke, äh, das sehen sehr viele, ähm, sehr, sehr ähnlich. Ähm, ja, ich denke, wir können vom Atlas und so weiter vielleicht weggehen. Ähm, die letzten zwei Topics auf meiner Liste sind, äh, Builds und Strategien. Ähm, ich würde, bevor wir vielleicht zum Schluss die Builds machen, weil wir gerade so ein bisschen auch schon bei Strategien waren. Gibt es diese Liga, also wir haben ja letzte Liga, diese ganzen Mechaniken gehabt, von denen schon Casey zum Beispiel gesprochen hat, es ist jetzt schade, dass er immer noch nicht da ist. Ähm, gibt es diese Liga, irgendwas in der Trade-Liga, was besonders hervorsticht? Irgendwelche Rotationen, irgendwelche besonderen Strategien, die aufgekommen sind, also die jetzt wirklich neu dazugekommen sind, über die, also anders als was wir schon gesprochen haben, ist irgendwas aufgetaucht? Hält euch was ein? Oder alles beim Alten? Also ganz ehrlich, also ich, das Einzige, was ich jetzt so hätte, wäre, glaube ich, dass, ähm, Breach interessanter ist, aber ich meine, das war vorher, also vorher hat man auch schon Breach gemacht, aber Breachs, also abgegradete Breach oder Pure Breach Stones wird es halt viel, viel häufiger geben in der aktuellen Liga. Ansonsten finde ich jetzt zumindest hat sich jetzt nicht so viel geändert. Das machen, glaube ich, alle immer noch Five Ways, also machen alle immer noch, ähm, ja, ähm, Simulacrum. Ja. Jemand schreibt Blyte? Blyte, stimmt. Blyte hat sich, ähm, genau, Blyte, äh, ist jetzt ja accessible auf, ähm, auf dem Atlas über, über Scarewebs und, ähm, genau, das ist definitiv neu, dass man das jetzt Target farmen kann halt, ne? Es war ja vorher eine Random-Mechanik und jetzt kann man, äh, kann man dafür sorgen, dass man immer eine Blyte hat halt, ne? Und darüber ist die, ja, und darüber ist halt die Region ziemlich attraktiv da unten, ähm, also, äh, Lyra ist das, glaube ich, ne? Genau. Ähm, da können jetzt halt echt teilweise 280er-Quant-Maps droppen, also in Weiß. Das ist, also Blighted-Maps, ne? In 280-Quant. Und die kann man echt verdammt gut verkaufen, also da unten kann man richtig, richtig Currency machen im Moment. Das ist, stimmt so, also dieses, äh, um Blyte herum das Thema, das ist schon relativ neu, ja. Und der Chat schreibt auch, stimmt, ähm, U-Lab, also Labyrinth-Enchantments kann man ja jetzt auch, äh, gezielt, äh, gezielter farmen. Da haben sich auch anscheinend Leute spezialisiert. Ja. Ich meine, diese Spezialisierung gab's vorher auch schon, ne? Ja, klar. Nur jetzt ist es halt deutlich, ähm, genau, jetzt ist es deutlich angenehmer oder viel besser möglich eigentlich, ne? Weil du hast ja deine festen, ähm, Crafts, die du jetzt auswählen kannst und dadurch hast du halt, also du musst halt effektiv wahrscheinlich irgendwie, ähm, das, was du vorher in drei Labs gekriegt hast, kriegst du jetzt in einem halt, ne? Weil du halt auswählen kannst. Äh, Tostan, die Frage etwas anders formuliert habt ihr jetzt bei eurem Level-100-Push. Übrigens, das haben wir ja gar nicht besprochen. Habt ihr jetzt eigentlich wer, diesmal war ja Level-100, äh, in Trade-Liga interessanter, weil einige Solo-Cellphone-Spieler sind jetzt in Trade-Liga rübergegangen. Allgemein, Trade war ja jetzt belebter, oder? Allgemein. Ja, es ging, also ich selbst hab ja wie letztlich, äh, Solo gespielt, ähm, ich glaub, Kashi hat das ja schon mal am Anfang gesagt, von wegen diese Verpflichtungen, wenn man in einer Party spielt und so, ne, deswegen hab ich die letzten zwei Ligen ein bisschen entspannter genommen und halt Solo gespielt, aber trotzdem auf 100 gepusht in der ersten Woche und, ähm, ähm, tja, also durch die Leute, die in Hardcore-Trade kamen, fand ich jetzt nicht, dass das, also ich weiß nicht, ob's wirklich diese Leute, die von, also, es gibt halt die Streamer, Steamash zum Beispiel, äh, Cizerin und so weiter, die alle gewechselt sind, die, die sind halt nicht so wirklich kompetitiv, also Steamash ist irgendwann gestorben und die restlichen Kollegen in der Regel meist auch nicht. Äh, kurze Zeit, ja. Aber deutlich behindert, ich glaub, ich war vor ihm sogar, das war, ja, es war ja auch keine, also ich mein, es war ja kein Team, somit spielt's ja auch keine Rolle. Ähm, was mir aufgefallen ist, ähm, als ich da in der Top 10 gepusht habe, gab's deutlich mehr Leute und viel mehr Teams, die gepusht haben, also es gab irgendwie drei bis vier Teams, die wirklich in Hardcore-Trade gepusht haben, das war was ganz Neues, weil normalerweise gab's vielleicht Maximum ein Team und da war ich als Solo-Player dann schon so ein bisschen fast gestresst, um da wirklich da mithalten zu können, ne, und, äh, das hat mich dann auch schon überreicht, ist dann halt so geendet, dass das eine Team den Carry verloren hat und den anderen Team den Aura-Bot, von daher war's dann kein Problem mehr, aber, ähm, es gab schon mehr Competition, ich weiß noch nicht, ob die wirklich dadurch gekommen ist, dass jetzt D-Mage und so zu Hardcore-Trade gegangen sind. Okay, und gab's da jetzt eine neue Strategie, die ihr verwendet habt, XP-Farming-Technisch, also letzte Liga hat man ja Harbinger gefarmt, ne, das war ja krass, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jemand hat das nochmal gezeigt, der hat in unter zwei Tagen in so einem Cellfront, äh, ich hab den Namen vergessen, aber so ein Mima, ein Mima in der PoE-Community hat in unter zwei Tagen Level 100 geschafft, äh, habt ihr irgendwas benutzt? Ähm, der Großteil, mit denen ich gesprochen hab in der Top 10, mit vielen hab ich auch und zu mal zusammengespielt, Rotation und so weiter, die haben die Harbingers gefarmt, also die haben euch den Harbinger-Tanamot genommen, sind dann da durchgerast zum Harbinger und gut ist und haben dadurch relativ gute XP gemacht, schon natürlich, ist ja das gleiche gewesen. Und der andere Rest, der hat Jun gemacht, wie ich zum Beispiel, weil mit Minions Harbinger-Farmen ist wirklich nicht so spaßig, ähm, was beides relativ stark ist, hat nicht wirklich ansatzweise so stark wie der Harbinger von letzter League, ne, weil du die halt nur nach und nach spawnen und nicht alle auf einmal da sind, aber eigentlich trotzdem noch recht stark. Das waren halt wirklich diese zwei Strategien, mit Ausnahme dann halt noch von den Breachstones, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, dass das ziemlich schwierig ist, in Hardcore-Traden eine Breachstone-Rotation voll zu bekommen, also da suchst du dir auch schon mal zwei Stunden lange die Leute zusammen. Also da hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, dass dieser Wechsel von Solar-Safe-Von-Spielern zu Hardcore-Traden irgendwas geändert hätte. Okay, also zur Currency haben wir jetzt schon viel erzählt, ich weiß nicht, ob Currency, ob da noch euch was einfällt, irgendeine Taktik, die, also sieht jetzt balanced aus, also sieht jetzt so aus, dass ob man Currency machen kann, mit der Thematik, mit der man vielleicht Spaß hat, oder da gibt's eins, das etwas besser ist als das andere, aber das hab ich richtig verstanden, was ihr gesagt habt. Also aus meiner Perspektive auf jeden Fall, klar, es gibt immer was, was jetzt vielleicht cooler ist oder ein bisschen besser funktioniert, aber die Frage ist auch immer, ja, also ich meine, es muss ja auch Spaß machen halt, und ich finde, sie haben es jetzt schon geschafft, dass das einigermaßen in Waage jetzt ist halt, und man muss sich nicht mehr schlecht fühlen, wenn man eine Mechanik farmt, weil man in der anderen Mechanik in der gleichen Zeit das Fünffache machen will oder so, ne? Dem stimme ich voll zu, ich hab letzte League eigentlich durchgehend Harvest gefarmt und irgendwie kann's das ja eigentlich nicht sein, ne? Und das finde ich jetzt diese League schon besser, dass man wirklich die Wahl hat, okay, ich farm jetzt Breach oder ich farm die Essences oder ich farm Jun, da gibt's einfach viele Möglichkeiten, um jetzt Currency zu machen und keine ist jetzt wirklich so viel stärker als die andere, also schon deutlich besser balanciert oder wie letzte League. Ähm, zu dem Thema, wie sieht das mit Bossfarming aus? Ist das mehr oder weniger ein Thema oder gibt's das noch oder ist das überhaupt nicht? Ähm, ähm, hast du da zur Erfahrung schon gesammelt? Also ist meine Meinung es mehr. Wenn man unter Bossfarming versteht, ne? Ja, die Endgame-Bosse, also lohnt sich jetzt, zum Beispiel Schatziere wurde angepasst, Maven ist wahrscheinlich immer noch unlakrativ, hab ich mir sagen lassen, das Maven farmen wegen den Maven-Obs ist der einzige Drop, die anderen Drops sind halt immer noch mega bad. Ähm, Awakener ist halt immer gut, aber ich weiß jetzt nicht, wie in Softcore-Tradleager macht den wahrscheinlich jeder, deswegen ist da wahrscheinlich weniger wichtig, aber in Treadleager ist wahrscheinlich Awakener immer noch Worf, also, weiß ich nicht, erzählt mal was. Sieht ihr das? Also, Maven wurde ja jetzt gebufft, man kann ja diesen Memory-Phase nicht mehr skippen, ne? Von daher, ähm, ist das eine schwierige Geschichte in Hardcore-Trade und in Hardcore generell, also, ich hab eh nicht so viel Spaß am Maven, find ich irgendwie einen dummen Fight, ähm, ehrlich gesagt, äh, auch wenn ich den letzten League relativ häufig gemacht habe, ähm, und ich glaube, da kann man auch nicht so viel Profit rausschragen, weil, wer will am Anfang in der Hardcore-Trade-League oder so das Cell von Maven Orb haben, da haben Leute nicht mal einen Awakener Orb, also, das ist ziemlich, äh, was, was ich aber für mich auch extrem profitabel war, war diese Maven Witness, also diese 10-Boss-Fight-Farm in einer Region, dann diese 10 Bosse in der Arena töten und das wiederholen, ne? Das heißt, immer 10 verschiedene Maps im Inventar packen, rollen, Maven-Arena machen und weiter. Du kriegst halt jedes Mal so einen Splinter für Maven, du bekommst so einen Orb of Unmaking, einen speziellen Watchstorm für die Region und das kann man halt wirklich extrem, eben gut verkaufen, vor allem in Leaks, da, wenn die Leute ihren Atlas gerade am Aufbauen sind und Awakener-Farming ist ein Hardcore-Trade zumindest extrem profitabel, also eine Crown-of-Inward-Eye geht da auch mal schnell für 4X weg, wenn es an den ersten Tagen ist und, ähm, das lohnt sich schon, nimmt allerdings halt mit der Zeit ab, ne? Umso mehr Leute da hinkommen, umso weniger ist das wert und ich glaube, dass Boss-Farming generell in einem eher schlechten Zustand ist, weil du im Durchschnitt einfach nicht so viel Profit machst, weil wenn du dann einen Shaper tötest, super, dann kriegst du da dann ein paar Keros-Obs im Durchschnitt raus. Die besten Uniques sind fast nix wert, wie so ein Starforge zum Beispiel. Ähnlich bei Über-Elder, da brauchst du dann auf dein Watchers-Eye was vielleicht, was wert ist, was immerhin durch die richtigen Uncharted-Real-Passives ganz gut ist, weil du eine höhere Chance für Watchers-Eyes hast, aber was jetzt letztlich ja... Über-Elder-Serie? Also die wurde ja... Das macht eigentlich kein... Ja, ein Hardcore-Trade farmt eigentlich fast nie einer Über-Elder-Serie. Da gibt es vielleicht mal einmal einen Farmer, aber ich glaube, der erste war auch erst nach einer Woche da drin und der farmt ja auch nicht regelmäßig, weil es da relativ risky ist. Also das war ein Hardcore-Trade, schon seit vielen Ligen nicht mehr so ein richtiges Ding, dass man Über-Elder-Serie farmt. Das macht dann vielleicht eine Gruppe und verkauft dann die Helme für sieben extra Stück oder so. Ähm... Was wollte ich sagen? Du kannst ja schon noch überlegen, was dir einfällt, Lohbe, wie sieht das bei dir aus? Wie schätzt du? Ähm... Ich weiß gar nicht, ab wann... War Boss... Ich glaube, davor hatte ich auch noch deine Meinung nicht gefragt, oder? Zu Currency-Farming? Ich weiß gar nicht, ob du schon was dazu gesagt hast. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Ja, ich hab's gerade... Ähm... Ja, also... Wir machen einfach mal bei Bosser weiter. Ja, erzähl einfach so, wie du Boss hast. Ähm... Ich glaube, grundlegend... Also Maven-Fight ist meiner Meinung nach... Keine Ahnung. Bin ich vielleicht auch einfach zu No-Brainer oder so? Weiß ich nicht. Krieg ich auf jeden Fall nicht gebacken. Äh... Ich hab so schon mit PoE genug zu tun. Ich kann mir nicht noch irgendwelche Kombinationen merken. Ähm... Ist nicht mein Fight. Also, ich bin sowieso nicht so der... der krasseste Bosser oder so. Also, ich... Also, ich brauch schon meine drei, vier Portale für jeden Boss eigentlich. Also, von daher ist das, äh... nicht so meine... nicht so meine Kernkompetenz. Aber ich glaube, der beste Fight im Moment, den man machen kann, ist Katharina, weil... Der kostet halt nix, ne? Ja, stimmt. Hat aber sehr, sehr gute Drops. Ähm... Ansonsten... Shaper ist im Moment auf jeden Fall noch okay. Zumindest in Softcore Trade League. Ähm... Ich glaube, die, ähm... Die Flask ist immer noch einiges wert. HX. Ich hab nicht den genauen Preis im Kopf, aber... Naja. Ja. Über Siri ist, glaube ich, also, wenn ich den Statistiken glauben, äh... Oder wenn wir den Statistiken glauben, äh... Ehrlich gesagt nicht so der profitabelste Fight. Also, ich glaube, ähm... Im Moment bezahlen die Leute mehr, um den Über Siri, ähm... für die Maven Invitation zu bekommen, als, ähm... Man rauskriegen würde für die Drops. Also, Undrops statistisch gesehen. Okay. Ja. Stimmt. Hast du wieder eingefallen? Genau, das war ja der Burner letzte League mit, mit dem... mit dem Fiat Encounter, ne? Den schwersten Encounter, den du machen kannst mit Elda, Shaper, Über-Art Siri, Cortex und Shaiula. Und das war ja letzte League so, dass du in einer Party, wenn, wenn du zum Beispiel Über-Art Siri gemacht hast mit Maven Witness, dann hat jeder in der Part nie diese Witness bekommen. Das heißt, jeder bei der Party konnte diesen Fiat Encounter öffnen. Was wiederum bedeutet, ist, man muss irgendwie in einer Sechs-Mann-Party, kauft man sich sechsmal diesen Schlüssel, kostet irgendwie 20 C oder so, machst den und bekommst dann deine Watchers-Eye und die ganzen, uniqueste ganzen Bosse, ne? Und ich glaube, das war so mit das dominierendste letzte League bei, bei Boss-Farming, zumindest in, in der Gruppe. Also, da haben die Leute echt ihre Mirrors gedruckt, sage ich mal. Naja. Und das haben sie halt diese League komplett entfernt, was da auch nochmal einiges aus diesem, ich sag mal, Boss-Farming rausgenommen hat, zumindest in Hardcore. Ich weiß gar nicht, ob das in der, in der Gruppe so das große Problem war. Ich glaube, das größere Problem war, die 0,2 Prozent der Leute, die einfach sechs Accounts haben und, ähm, sich alle zusammen da reingestellt haben und dann halt einfach sechsmal so viel Profit hatten, ne? Ja, das stimmt natürlich, ja. Ja. Also, Dexter, du musst dir das so vorstellen, da hat einer im Prinzip ein paar Sandboxes gemacht, hat sich fünf, äh, Accounts da auf Level 70 gelevelt oder sowas, damit die halt diese Encounters, ähm, beitreten konnten. Dann ist er da reingegangen, hat seine fünf Accounts zum Beispiel in den Über-Ziri-Fight geholt, hat die Witness, also hat den gekillt, um die Witness zu bekommen und dann hat er mit allen sechs Accounts diesen vierten Encounter geöffnet und sechsmal den Loot von Über-Ziri, äh, Shaper, Elder, Shayuda und Cortex bekommen. Ja. War auch komplett OP. Aber ist doch schwer, oder? Ist der Schwierigkeit dann, nee, die ist nicht sechsmal höher. Ja, doch. Boss-HP bleibt, oder? Oder doch nicht? Ich glaub, die wird erhöht, ne? Ja, ich mein, irgendwann macht's keinen Unterschied mehr, ne? Ja, ja, genau, das macht halt. Haben wir die Boss irgendwann einfach gewonshottet, also, mit dem richtigen Setup geht's dann halt. Aber hey, gute Überleitung, danke dir, Toaster-Bills. Also, letztes Thema, wir sind schon extrem lange heute dabei, deswegen, trotzdem ist das ein wichtiges Thema. Ja, ich denke, es ist gar nicht vielleicht so schlecht, wenn ich vielleicht meine Erfahrungen erstmal erzähle, was Solo-Self-Hunt angeht, weil das ist ja quasi Leak-Start, also Solo-Self-Hunt hat viel mit Leak-Start zu tun, also Builds, die nicht so viel Currency brauchen, wo von der Stärke noch natürlich nicht die Overpowersten sind oder vielleicht vielleicht nicht die interessantesten Builds, aber wo, ja, was würde ich persönlich denn sagen, sind im Moment die Builds der Liga. Also, ich mache ja immer auf meinem Channel diese Metatabelle, wo ich statistisch so ein bisschen nachschaue, aber auch von der Stärke, weil ich sie selbst gespielt habe, immer ein paar, so eine Leak-Starter-Tabelle oder allgemein eine Stärke-Tabelle anhand von Tierstufen, wobei ich von vornherein immer wieder gerne sage, Stärke in Path of Exile hat was mit Zeit zu tun. Also ein Bild, das, wenn ich sage, ein Bild ist stärker als ein anderes, bedeutet das im Endeffekt vielleicht nur, dass dieses Bild zwei Stunden schneller Schäper tötet als das andere. Also das hier ist die Stärke von Path of Exile. Es muss nicht bedeuten, dass du dieses Bild zehn Millionen mehr DPS hat als das andere. Also bei mir ist Stärke immer Zeit und im Endeffekt kann fast jedes Bild in Path of Exile mit genug Investment und genug Zeitinvestment alles schaffen, was es gibt. Also wir overkillen immer noch jeglichen Content. So in diesem Kontext muss man leider sagen, in Solo Cellphone sehr enttäuschend. Also ich hoffe, ihr in Trade Liga werdet mir vielleicht ein bisschen mehr erzählen können, aber für uns in Solo Cellphone gab es leider fast keine Änderung. Es wurde die Stärke aller Builds runtergesetzt, aber die Meta-Builds sind immer noch Slammer, jetzt weniger als Champion, mehr Burser kann scheinen, so wie es ausschaut. Also wenn ihr das stärkste Bild der Liga hören wollt, mit dem ihr zumindest das Stärke, Schnelligkeit, wenn ihr so schnell wie möglich Maven tötet möchtet und das am besten mit extrem harten Mods oder dass ihr alle Maps so rollt, wie ihr wollt, dann seid ihr mit einem Slammer, Burserker, also Fortify Stacking und dann Slams, also entweder Earthquake oder Ground Slam oder Seismic, wie heißt der Typ, Seismic, äh, Qual. Seismic? Nee, also ja genau, in der Kommission mit Seismic Cry wurde zwar genervt, aber immer noch das stärkste Bild. Genauso alles andere mit Blade Blast, Blade, Blade, Blade Blast und Blade, wie ist der andere Skill? Voll. Voll, danke. Ist immer noch Top-Notch, genauso ist diese Liga, wird komischerweise von jemandem gespielt, aber Dead and Dead, Necro, Dead and Dead, Inquisitor, immer noch wahrscheinlich oder vielleicht Platz zwei, so von der Geschwindigkeit her. Wir werden das beim Gauntlet eher sehen, aber Dead and Dead im Endeffekt wurde zwar genervt, aber da kommt trotzdem fast nichts ran. Du zerstörst halt anhand der HP die Gegner und musst quasi keinen Farm haben, um Gegner zu töten und beim 10er Bossfight ist die richtig krasse Overpower Mechanic, dass du andere Bosse mit deinem eigenen Detonate zerstören kannst. Also du musst quasi, weiß nicht, bei diesem Über-Bossfight, diesem V4, kannst du den Shaper, der stirbt, explodieren lassen auf dem Shajula und der Shajula stirbt instant. Das ist halt eine Mechanic, die ein Detonate-Dead-Baid sehr, sehr mächtig macht bei diesen 10er-Fights oder bei diesen Multi-Boss-Fights, die man ja heutzutage sehr häufig findet. Genau, und dann gibt's noch die letzte Kategorie, die ich noch kurz erwähnen möchte, Arc-Mage-Spiels. Arc-Mage-Spiels ist ja wie gesagt BFBB, aber auch alle anderen Arc-Mage-Spiels sind dominant. So, ich hab jetzt so ein bisschen mitbekommen, also zu euch jetzt das so ein bisschen übergeben. Ich weiß Gott nicht, bleiben wir vielleicht erstmal bei Hardcore-Toaster. Ich hab von Dan hat zum Beispiel ein neues Bild entdeckt, ich weiß jetzt, ich hab sein Video gesehen, ich weiß nicht, hast du das gesehen? Da gab's was Neues. Den Flame-Burst? Ja, ja, genau, den Flame-Burst-Bild oder, ach stimmt, eine Sache hab ich vergessen, das will ich noch kurz, sorry, das will ich noch kurz erwähnen, das neue Bleed Archetype-Meta. Das hab ich nämlich auch sehr intensiv getestet, ich hab alle drei Varianten nochmal ausgetestet, also es gibt ja die Self-Cast-Version, meistens als Slow-Life-Version auf Sein, dann gibt es die Spellslinger-Version und es gibt einmal die Cast-Wall-Channeling-Version. Alle haben so ein bisschen Vor- und Nachteile, aber ich persönlich würde nur den Spellslinger-Gladiator als ein Meta-Bild beziffern, und zwar nur, wenn es um Clear Speed geht. Wenn es um Boss-Killing geht, bin ich der Meinung, ist das nicht ganz oben mit dabei. Aber so nur meine Erfahrung. Also wie gesagt, die Sein, selbst mit richtig kranken Gear, kommst du vielleicht an zwei, drei Millionen DPS, vielleicht fünf Millionen mit richtig kranken Gear. Da kann ein Blade-Blaster mit, naja, Solo-Self-Hand-Gear 18 Millionen machen. Also, naja. Deswegen, also der Vergleich ist so, lala. Und Low-Life-Sein ist nicht gerade die denkste Baiter-Welt, sag ich mal. Ähm, ja. Nur kurz diese Meinung dazu auch noch. Sorry, Toaster. Jetzt an dich. Was sagst du? Builds in Hardcore-Trade-Liga. Ja, du hast schon recht, dass sich eigentlich nicht viel getan hat. ähm, Blade-Blast ist noch dominanter als vorher. Einfach, weil ArcMesh weiterhin existiert, was mich so ein bisschen nervt, weil ich mag es nicht so wirklich, aber es ist einfach fast, äh, unbeatable, sag ich mal. Äh, weil du einfach Defense und Offense, also, dein Schaden und deine, dein Leben, dein Mana gleichzeitig skalierst. Ähm, das Einzige, was wirklich ja neu dazugekommen ist, ist einmal der Physical Bleed, Archetype, also Exhanc-Gunade, ähm, vor allem Reap eher weniger, was an sich ganz cool ist. Ich spiele ja auch gerade so ein Gladiator mit Spellslinger und den Corrupting Fever noch on top. Da muss ich sagen, dass Corrupting Fever eigentlich ganz nice ist, weil man das ja wirklich auch vielen, mit vielen verschiedenen Szenarios nutzen kann. Kannst du ja zum Beispiel auch ein Ball Lightning benutzen, das damit nutzen. Also, Corrupting Fever ist im Endeffekt so ein Skill, der, ähm, debufft die Gegner, damit die so ein Corrupting Blood Deck drauf bekommen, der physischen Schaden macht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ich glaube, da kann man schöne Sachen drum basteln. Aber es ist halt trotzdem vor 100, 200.000. Ja, man muss halt sagen, dass es halt einfach nicht so stark ist wie so manch andere Skills. Ich hab halt am Anfang angesagt, okay, physische Deaching gut, aber es gibt kein Elemental Overlord, es gibt kein Elemental Equilibrium, es gibt kein Wizard. Da kann's nur das Nachsehen haben und das hat's halt eben auch. Und ein Vortex oder ein Essence Drain wird von den DPS-Zahlen im Endeffekt immer stärker sein und gleichzeitig noch andere Vorteile eventuell haben, wie zum Beispiel dann den Chill-Effekt oder die Reaching von Essence Drain oder einen hohen CI-EHP-Pool und während das ein sehr netter, cooler, neuer Playstyle ist, der auf jeden Fall viable ist, würde ich sagen, dass er nicht wirklich mit den anderen bestehenden Metaskills mithalten kann. Und das finde ich eigentlich das Traurige an der League, weil nicht wirklich viel geändert wurde. Es wurde halt nicht wirklich was gebufft und ich bin eigentlich einer, dem ist die League-Mechanik erstmal egal, wenn er die Pash-Notes sieht, sondern ich gucke, was wurde gebufft, was wurde stark an der Meta geändert, wo kann ich jetzt was cooles, neues spielen. Und das gab's diese League nicht wirklich, weswegen ich auch verzweifelt irgendwie versuche, ein Bild zu finden, der mir noch Spaß macht, wo ich nicht nach dem Tag denke, hm, ja, irgendwie ist das jetzt das, was ich letztlich auch gespielt habe und versuche mir jetzt gerade auch mit mir und Snoop irgendwie so ein mega genervten Whispering-Eis-Bild, also so ein Eis-Sturm-Bild zu bauen, obwohl das eigentlich gar nicht so viel Sinn macht. Das finde ich ehrlich gesagt schade und da hoffe ich, dass da nächste League mehr kommt, dass man da wirklich mal wie so ein bisschen Inspiration hat, was neu spielt, so Motivation bekommt, so nach dem Motto, oh, guck mal, was weiß ich, halt, man muss ja im Prinzip einfach diese Skills nehmen, die kaum genutzt werden, ne, ähm, was gibt's denn da so schönes, Doom-Blast, Hex-Blast, okay, gibt's noch den ein oder anderen Bild, aber, äh, Shocknova zum Beispiel, Static Strike, gibt halt so viele Skills, die total underperformen und wenn man da mal ein paar Buffs reinbringt, auch wenn's nur numerische Buffs sind, find ich das eigentlich ganz cool und da muss ich dir eigentlich voll zustimmen. Also ich hab noch zwei Sachen, die ich dich gleich fragen werde, gleich zu, aber vielleicht zu Lob, aber ich will dich später noch fragen, was du von Fire, ähm, Fire Emperes hältst, ist ja eigentlich kein Dan-Bild, ne, äh, Rescutee regt sich da immer auf, wenn jemand sagt Dan-Bild, aber Dan hat's halt jetzt bekannt gemacht, egal, und das Zweite, das Bild von Ciceroin mit dem Stärker-Stacking und dem Schild, wo man immer wieder mag Stacking, aber, ne, das sind ja nämlich Hardcore-Bilds, vielleicht dazu, vielleicht fällt dir gleich noch ein paar Punkte ein, die du dazu sagen würdest, aber erst mal, so Lob, was sagst du denn zu Builds und, ja, Trade-Liga, Software? Also grundlegend muss ich dich, glaube ich, leider enttäuschen, zumindest gibt's, finde ich zumindest, jetzt keine gravierenden Unterschiede zum letzten Mal, ähm, oder zur letzten Liga, ich würde sagen, ähm, wenn ihr Ultimatum farmen wollt, dann sucht euch ein Build aus, wo ihr möglichst viel Bewegungsfreiheit habt, also, keine Ahnung, entweder Cycling oder halt auch jeder Dot-Build im Prinzip, weil, ähm, da ist es, ist nun mal der Effekt, ihr, ihr castet eure Attacke oder macht eure Attacke, wie auch immer, und könnt euch dann frei bewegen und das ist, glaube ich, das Wichtigste einfach bei Ultimatum, dass ihr im Kreis rennt und, ähm, so diesen ganzen Track-Mechaniken, die euch eigentlich nur, ähm, brainless verfolgen und eigentlich gar nichts machen, wenn ihr in Bewegung bleibt, ähm, ja, irgendwie umgehen könnt, denn so schafft ihr es, euer Ultimatum halt möglichst sauber immer abzuschließen. Ähm, genau. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, ja, so Cold Snap, Vortex, wurde viel gespielt, ähm, hier Fire, ähm, Fire, Fire, Shit, wie war es nochmal? Burning Arrow, genau, Burning Arrow, Toxic Rain wurde immer noch gespielt, Carrion Golems sind immer noch Riesennummer, also, ähm, bei mir in der Community gibt's einige, die immer noch Carrions spielen und auch von Anfang an gesagt haben, sie werden's wieder machen. Spectres sind vielleicht, glaube ich, wieder ein bisschen mehr zurückgekommen und dafür ein bisschen was von Carrion Golems abgezwackt. Tja, ich würde sagen, wenn, wenn wir so über T16 Farming reden, ähm, hat sich da nicht viel geändert, was, was wir letztlich gesehen haben. Es gibt, glaube ich, laut PoE Ninja extrem viele Flicker-Strike-Builds im Moment. Alle, ähm, Cast-on-Crit-Builds sind mega gut immer noch, also, sei es Ice Nova Frost Bulls oder, ja, ich spiel im Moment Voltaire Dead. Ähm, genau. Aber wenn du jetzt wirklich so ein bisschen überlegst, ähm, Casey ist leider nicht da, also musst du den Partys übernehmen. Ich versuch's. Wenn es wirklich, wenn du jetzt wirklich sagen würdest, stärker, also mächtig, jemand möchte ohne Probleme, Delirium, 100-Prozent-Map spielen und, ähm, Headhunter vielleicht perfekt ausnutzen oder sonst was, gibt's da für dich einen, sagst du, sollte er Wander spielen oder Elabia Cyclone und dann im Kreis laufen wie 5W oder gibt's da irgendein To-Go-Build, was irgendwie jeder spielt? Also, ich weiß halt nicht genau, ich kenn mich da halt nicht aus. Ja, aber ich, also, das ist halt in Trade League, glaube ich, seit Ligen immer gleich, Cast-on-Crit-Builds mit Cyclone, Ice Nova, Frostbolt, In-Stacker kann man gut machen, damit Power-Siphon, Kinetic Blast, ja, ja, Stormbrand wird im, wird im, ähm, Chat geschrieben, auch mega OP. Ja. Okay, und für Bosse auch das gleiche, oder würde man für Bosse ... Ja, das ist ja bei Softcore in der Regel, also ich mein, klar, wenn du jetzt ... Ich hab nur mal meine gehört, sowas wie meine und natürlich Blähdblast, Blähdvoll natürlich sowieso. Ja, genau. Das sind ja so diese Starter und so halt, ne, da kann man natürlich auch in diese Berserker-Richtung gehen, was du erzählt hattest, ähm, wenn du möglichst schnell die harten Bosse am Anfang machen möchtest. Ähm, später in diesem, in diesem Ultra-Busted-Bereich finde ich zumindest, macht's eigentlich keinen Unterschied mehr, ob du schnell Mapper, also in Softcore, ob du schnell Mapper oder Bosse machen willst, weil die Builds eh so OP sind, ähm, dass es einfach keinen Unterschied mehr macht. Okay. Macht also keinen Unterschied. In Trade League, ja. Also vielleicht was auch billig kommt, also wir hatten halt, also so ein bisschen im Kontext, warum ich grad ein bisschen nachhacke, ähm, vor, bei unserem letzten Podcast, ähm, war noch das Thema Aura-Stacker, ein großes Thema. Da hat jeder erzählt, ja, ist doch scheißegal, was für ein Bild du spielst, es gibt nur ein Bild im Late Game, ah, jeder macht Aura-Stacker, Punkt. Weißt du? Ähm, es gab halt das klassische Bild und keiner hat was anderes gezockt, der irgendwann Currency hatte, weil das so mächtig war in jeglicher Hinsicht, man hat sich wie ein Gott gefühlt. Ähm, sowas gibt's ja, glaub ich, nicht, also würdest du eher sagen, oder? Oder? Nee, ich gucke gerade mal parallel. Nee, also, ähm, genau, was, was man immer ganz gut machen kann, ist, sich einfach auf P.O.E. Ninja angucken, wer gerade einen Headhunter hat und was, was, was die spielen halt, ne? Und wenn du dir das anguckst, dann ist die Verteilung relativ, ähm, relativ ausgeglichen, also, wir haben acht, ja, wir haben 28% Assassin, 22% Elementalist, 8% Raider, 8% Dead Eye, äh, 6% Occultist. Also, ich mein, klar, Assassin ist immer noch weit oben, weil sie einfach, oder weil, weil Assassin halt sehr profitiert von diesen, von diesen ganzen, ähm, ja, von diesen ganzen Endgame-Mechaniken und einfach auch sehr, sehr fast ist und so, gut positioniert ist für Crit und all so ein Kram. Ähm, aber, grundlegend, ähm, sieht man hier jetzt nicht, dass das irgendein Bild irgendwie zu 90 oder 80% gespielt wird, wie zum Beispiel bei dieser, äh, Aura-Stacking-Geschichte, ne? Da, da wurde ja wirklich, wenn du da Headhunter eingegeben hast, dann hast du wahrscheinlich irgendwie 60% Aura-Stacker, ähm, gesehen. Okay. Jo. Mir ist jetzt gerade schon das Schlusswort eingefallen, aber soweit sind wir vielleicht noch nicht, ähm, Toaster, äh, willst du noch dazu kurz was erwähnen? Sonst, wie gesagt, zu der Frage, die ich gestellt habe, zu Fireburst und dem, äh, neuen, äh, Scissorin-Bild mit dem Schild. Ja, man muss natürlich immer drauf achten, weil wir sind ja jetzt, ich sag mal, zwei Wochen in der League und die wirklich starken Builds, die werden ja, also die Builds, die dann durch Gier richtig stark werden, die werden ja auch kommen, sowas wie Aura-Stacker. Also Aura-Stacker ist ja nicht tot oder so, der ist noch immer noch stärker als fast jeder andere Build, wenn man das richtige Gier dazu hat. Ja, okay, du sagst also, der Zeitpunkt ist noch nicht da. Genau, ich sehe jetzt da zum Beispiel Whispering Ice, das ist dann eine andere Geschichte, ich mag persönlich Whispering Ice sehr gerne, auch wenn es jetzt total genervt wurde, aber wenn ich dann sehe, momentan ist der, der Typ mit der Whispering Ice Gear mit dem höchsten IS bei 14.000 oder so, letztlich war es irgendwie bei 24.000. Das sind halt diese letzten, diese nächsten Wochen, die dann wirklich über das Gier entscheiden und das macht da schon was aus. Also ich glaube, dass das schon dann stärker in Richtung Aura-Stacker geht, als es gerade ist. Aber auch solche Sachen, die Penance-Brennen zum Beispiel, wobei das auch wieder vom Partyplayer und so ein bisschen abhängt. Wir hatten auch das Thema Fireburst, ne? Fireburst und dieses neue Unique-Schild. Ich würde sagen, dass Fireburst jetzt nicht unbedingt was Neues ist. Es gab ja schon damals Builds, ich habe das ja schon mal vor gefühlt einem halben Jahrzehnt oder so mal gespielt und das war ja in sich eigentlich schon immer ganz cool. Und ich finde es extrem gut, dass sie es jetzt so stark gebufft haben. Das macht halt einfach Sinn, weil das war halt so outdated. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das irgendwie jetzt Build- oder Meta-Defining ist. Also diesen Ignite-Schild, den konntest du schon immer machen, auf irgendwelche anderen Weisen. Und Fireburst ist da jetzt und zwar ein attraktiver Weg, das zu machen. Du musst jetzt auch nicht mehr Six linken, haust da deine Essence drauf und hast was sehr Starkes. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt wirklich irgendwie einen großen Einfluss auf die Mehrheit der Spieler hätte oder so. Genauso wie dieses neue Unique-Schild, was ja wirklich sehr, ich sag mal, in die Nische gehört. Vor allem in Hardcore ist das ja ein Schild, was man nur sehr, sehr begrenzt nutzen kann. Ich glaube, Sisaran hatte da einen von vielleicht zwei potenziellen Use-Cases, wo man das Schild in Hardcore gut nutzen kann. Ich glaube, dass es dafür sehr stark sein kann. Man allerdings auch viel investieren kann. Das ist ja so ein bisschen so Invest versus Outcome. Also ich weiß nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Also ich mag solche Uniques, wo man drum herum bauen muss und die wirklich unique sind. Das sind eigentlich einfach ein Item, das hat jetzt 500 DPS oder es hat jetzt 300 IS, sondern du hast halt diese speziellen Keystones auf diesem Item und du kannst damit was Besonderes bauen. Das finde ich cool und ich finde es auch cool, dass man halt da wirklich dann seine Zeit investieren kann. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es dann mehr in diese Richtung gibt, um dann wirklich eine Leak ausfüllen zu können von drei Monaten. Noch kurz, weil du Minions auch nochmal ausführlich gespielt hast. Ich dachte eigentlich, dass du auch Minions gespielt hättest, aber ich glaube, ich habe dich verwechselt mit jemandem. Letzte Liga habe ich Minions. Auf jeden Fall, was sagst du zu Minions stand im Moment? Was sagst du zu Minions? Du wirst immer so häufig gefragt. Das ist halt die Spielweise, die in Action-RPGs die Lieblingsspieler ist von allen Spielern. Ich fand es halt lustig, weil ich wirklich diese Leak eine enorme Nachfrage nach den Spectres, die ich benutzt bekommen habe. Aber wir müssen ja überlegen, die meisten kennen es wahrscheinlich nicht, aber diese physischen, also diese Spectres, die auf den physischen Schaden gehen, diese Syndicate Operators, das ist ja eigentlich eher so ein Leech-Ding, weil die meisten haben es ja auf Elemental gespielt. Weil irgendwelche Softcore-Spieler kamen damals an und dachten, ja, guck mal hier, Elemental macht doch voll Sinn mit Hatreds, Gitterbots und so weiter. Macht es eigentlich gar nicht so wirklich. Ich würde mal sagen, wir haben es ein bisschen früher gemacht. Genau, da hat der Doktor Dexter hier schon, war relativ smart, da haben wir ja damals viel diskutiert. Hey, ich glaube, wir haben das Bild publik gemacht. Ja, jetzt ohne, jetzt viel zu erzählen, aber ich glaube, wir waren die Ersten, also ich habe es halt damals im Gauntlet als einziger Necro gespielt und du hast das halt auch zum Leakstart und dann in der Trade-Liga halt so richtig perfektioniert quasi. Und wir waren halt die Ersten, die auf die Idee gekommen sind mit dem Frenzy-Charge, dass man den Damage quasi umbucht und so. Und naja, ist egal, ist ein ganzes Bild halt. Ja, nee, ich fand das halt ziemlich cool. Und diese Leak gab es halt wirklich Nachfragen. Ich glaube, das kommt auch daher, weil sowas wie Kering Golem wurde halt genervt, was ich lustig fand, weil Spectres letzte Leak schon stärker war als Kering Golems. Also ich war jetzt im gleichen Setup getestet und bei Kering Golem musst du deutlich mehr investieren für weniger Damage. Fand ich halt ganz witzig, dass Leute immer noch denken, dass Kering Golems stärker sind. aber so geht's halt. Und ich glaube, das sind halt auch diese Metal-Shanies wie DD. DD war eigentlich schon lange stark, aber es wurde halt nie publik. Und wenn andere Sachen genervt werden, dann müssen Leute sich noch was Neuem umschauen und sehen sie, guck mal, die Spielweise ist eigentlich gar nicht so schlecht, das war eigentlich gar nicht stark. und, ähm. Es muss immer, sorry, mein Gefühl ist halt immer, es muss ein Streamer publik machen oder so etwas, ein größerer Streamer. Es ist halt mit Detonate Dad, also Peck, ist ja einer der Leute, die häufig auch hier beim Podcast sind, ein deutscher Racer, er hat's ja so ein bisschen erfunden oder publik, also wirklich die Meter gebracht und dann hat Swaggle von ihm geklaut oder was das Swaggle-Bild. Aber so richtig publik, so richtig publik wurde's ja auch erst, als Swaggle dann wirklich erfolgreich. damit in den Gauntlet war. Genau, davor haben die alle das ja auch nur belächelt und das ist halt diese Sache. Wenn da so ein bisschen so diese, dieser Anreiz fehlt, dann bleiben die meisten halt bei ihrem Meta-Bild, was ja Sinn macht, weil sie einfach stark sind, sie wissen, dass sie stark sind, dann bleib ich dabei. Ähm. Finde ich halt an sich ganz lustig, weil ich glaube, dass es da draußen noch viel mehr starke Builds gibt, die einfach nicht genug, ich sag mal, untersucht werden, also nicht genug getestet werden. Ich glaube, da steckt noch ganz schön viel im Busch. Finde ich mal spannend. Ich bin mal gespannt, ob da noch diese Leak was Neues rauskommt, was vielleicht jetzt gerade noch nicht so ganz entwickelt oder optimiert wurde. Jo. Okay. Ähm. Droweper, willst du zu dem Punkt noch irgendwas erwähnen? Du traust dich immer nicht reinzureden, du kannst ruhig, wenn du was hast. Ach. Nö, ich hab nix zu unterbrechen eigentlich. Ähm. Okay. Also, ja. Ähm. Ich weiß gar nicht, im Chat hab ich jetzt auch kein anderes Bild gesehen, dass irgendwie, also wie gesagt, wenn der Chat noch irgendein Bild hat, das sehr euch aufgefallen ist, das irgendwie ansprechbar wäre, gerne noch in den Chat schreiben, weil sonst wären wir, ähm, also wir sind schon bei 2 Stunden 15, deswegen, äh, ich will euch ja jetzt auch nicht die Zeit klauen. Ähm. Wären wir eigentlich mit den Hauptthemen durch? Ist jetzt schade, dass Casey nicht mehr dazugekommen ist, aber gut, so ist das Leben manchmal. Ähm. Werd ihn dann einfach verpflichten, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein. Dann kann ich ihn über Delft nochmal fragen, weil mich würde das halt interessieren, dass, wie er schon erwähnt hat, das ist eine komplett andere Welt, ne? Also wenn man dieses Deep Delft von 10.000 plus, also ich hab jetzt auch in Anführungsstrichen, also ich hab letzte Liga versucht, ein bisschen zu Deep Delft und dann die 1.000 ranzukommen in Hardcore, aber 10.000 ist halt eine komplett andere Sache, da geht's halt um Durchhaltevermögen auch und, ja. Naja, ist ein interessantes Thema, machen wir einfach irgendwann mal vielleicht nach, wenn er Bock hat. Merkt man aber, merkt man aber sehr, sehr stark, dass es deutlich, deutlich weniger Delft gibt, diese Liga, also in Trade League, zumindest Softcore. Ähm, also, es ist wirklich so, ein Fossil kostet, ja, genau, ein Fossil kostet normalerweise jetzt, wenn du damit craften willst, ähm, sagen wir mal 2C, aber sobald du, äh, jemanden suchst, der 3 verkauft, kostet's 8C. Also, die Bulkpreise sind halt so hoch und das zeigt, glaub ich, einfach, dass, ähm, dass, dass, dass es wenig Leute gibt, die das wirklich, ähm, all day machen halt, ne? Also, beim Catmaster Talk war Grimroll der starken Vertretung, dass das eines der lukrativsten Sachen unter anderem immer noch ist, zu machen. Ja. Weil die Preise sind halt so gestiegen, dass wenn jemand wirklich Lust hat, zu Delft, kann er's ruhig mal machen. Genau. Das ist, wie gesagt, nur das, was Grimroll gesagt hat. Ich hab keinen Plan davon. Aber ja. Du bestätigst das gerade, ne? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich hab, ähm, ein paar Crafts in den letzten Tagen gemacht, weil ich ein paar Sachen gezeigt hab, was man so Target-craften kann mit, äh, Fossilien. Und, äh, die Preise sehen immer ganz schön aus, halt, ne? Weil, ähm, die, die errechneten Preise auf Craft of Excel sind halt immer die, ja, ja, die, die kleinen Preise, also für, für kleine Bulks oder ein, ein Stück Zahl halt, ne? Ähm, aber die Realität sieht halt eigentlich im Moment in Softcore-Trade auf jeden Fall ganz anders aus. Ja. Okay. So, ich hab nochmal das, äh, Fire-Burst-Bild in den Chat geschrieben, falls das jemanden interessiert. Ähm, das sah nämlich schon interessant aus, aber ja, ich will nur sagen, der hat richtig geiles Gear und ich hab mal sein gutes Gear in Solo Cellfront angepasst und auf einmal war ich unter, äh, so bei 500.000 Damage nur und dann dachte ich mir, hm, okay. Von 5 Millionen auf 500.000 Damage, wenn man halbwegs Solo-Cellfront-Gear hat, na, auf einmal war der Schaden nicht mehr da. Also sehr viel besser als ein Feuerball ist das halt nicht. Also mit einem Feuerball kriegst du den gleichen Schaden hin. Aber hey, ist ein cooles Konzept. Ja. Ja. Okay. Ich denke, ähm, ich werde mich nochmal recht herzlich bedanken bei euch allen, also bei, ähm, Toaster, Lope, dass ihr und Casey natürlich, der gerade nicht da ist, aber, ähm, dass ihr dabei wart. Ähm, es ist immer wieder eine Freude, das zu moderieren oder so ein bisschen eure Einblicke von der Trade-Liga auch mal zu hören, weil ich bin da, wie gesagt, komplett raus. Also ich finde das immer sehr beeindruckend, ähm, und ich finde das immer sehr beeindruckend, auch interessant, äh, zu erfahren, warum die Leute das spielen, was sie spielen. da waren wir ja quasi, die Einleitungs-Sätze waren ja, dass jeder spielt Powerfaxler auf seine Art und Weise und, ähm, ja, äh, das finde ich immer interessant. Also danke nochmal, ja. Und auch an die Zuschauer natürlich. Aber, ähm, Lowe P., wie können wir dich erreichen? Was sind denn so, äh, dein, äh, wo findet man dich? Unter Twitch, YouTube und so weiter. Das, das ist jetzt der, das ist jetzt der Werbeblock, ja? Ja, so wie du magst. Ähm, ja, also, danke sagen, oder irgendwas anderes. Erstmal fange ich jetzt, äh, fange ich jetzt mit einem Danke, an. Also, ähm, danke, dass ich hier zwischen diesen doch recht großen Namen, ähm, ja, dabei sein darf. Also, ich mein, äh, Dexter hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ähm, du hast ja wirklich einige Racing-Titel schon, ähm, ähm, ja, Casey hat man letzte Liga, glaube ich, äh, im Global Chat häufig genug gelesen, würde ich sagen, ne? Ähm, und, ja, der, der Toaster, da, bei dir war ich ja gestern Abend noch im Stream, unglaublich, was du da in Hardcore machst. Also, wirklich, Respekt, fand ich ziemlich krass. Du hast da übrigens, äh, du hast aber den Titel verloren, als Platz 1, äh, mit den meisten Achievements, oder? Äh, das Dure ist, dass das, ähm, immer nur ein Jahr gilt, und es gab ja dieses Flashback-Event. Ah, genau. Also, dieses Flashback in der, welche League war das? War es Highs League? Ich mein, es war Highs League. Da gab's ja das Mayhem und das Flashback, und im Flashback gab's halt eine Gruppe, die irgendwie dutzende Achievements da gefarmt hat. Von daher haben die dann diesen Race Award bekommen. Aber gut, soll ihnen gegönnt sein, ne? Ich will das halt nur immer erwähnen. Ich find das beeindruckend. Toaster ist wirklich einer der Spieler, der, der hatte die meisten Achievements in ganz Path of Exile, und trotzdem hast du manchmal nur, ich find das so seltsam, warum hast du nicht hunderte Zuschauer? Ist schade, aber wirklich, jeder, den Toaster nicht kennt, sein Gameplay ist halt, äh, ne, Weltklasse. Also, ja, schaut, macht alle ein Follow, sowohl bei Toaster als auch bei Lope, als auch bei Casey. Ähm, aber ich will's nur erwähnt haben. Also, bei dem mal müsst ihr mal ab und zu mal reinschauen. Ja. Ja, deswegen Toaster, äh, wofür nennt man dich? Genau. Toaster 404, wie's da steht, ne? Also, Slash wie Toaster 404. Genauso ingame, falls ihr da Fragen habt, Accountname ist der gleiche. Ähm, freu mich über eure Fragen, und wie gesagt, ähm, mir ist das eigentlich egal, wie viele mir zuschauen, mir geht's darum, dass ich Leuten helfen kann, und bin immer gerne da, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, diese League recht viel Spectres gespielt, also wenn ihr zu Spectres Fragen habt, kommt vorbei, und, ähm, ja, freu mich, wenn er zuschaut. Und dir, Dexter, nochmal vielen Dank für den Podcast, war wie immer super. Jo, ähm, da Casey nicht da ist, sag, mach ich das mal für ihn. Also, ihr findet, Casey ist, wie er schon Lobe erwähnt hat, einer der, äh, Softcore-Trade-Liga-effizientesten Spieler, ist halt für, äh, Delphen sehr bekannt gewesen, also, falls ihr Delphenfragen habt, dann wahrscheinlich, seid ihr bei ihm nicht gerade falsch, also, da gibt es nicht viele Experten in dem Teamgebiet, und, ähm, allgemein, Trade-Liga-Softcore, wie gesagt, ähm, schaut mal bei ihm vorbei, sein Twitch-Channel ist so, wie das hier gerade der Name ist, Casey PoE. Ähm, er streamt auf Englisch, glaube ich, aber ich denke, der wird auch, äh, ich habe ihn auch manchmal Deutsch hören, äh, gehört, deswegen, ne, also, ich denke, der hat da nichts dagegen, wenn man auch auf Deutsch fragt, ja, und, ähm, ja, das war's, denke ich, also, nochmal danke an alles, und wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal, haut rein, bleibt sauber, Leute, ciao, ciao. Dankeschön, tschüss, schönen Abend euch.